erdgeist tragödie in vier aufzügen mich schief aus gröberm stoffe die natur und zu der erde zieht mich die begierde dem bösen geist gehört die erde nicht dem guten was die göttlichen uns senden von oben sind nur allgemeine güter ihr licht erfreut doch macht es keinen reich in ihrem staat erringt sich kein besitz den edelstein das allgeschätzte gold muß man den falschen mächten abgewinnen die unterm tage schlimm geartet hausen nicht ohne opfer macht man sie geneigt und keiner lebet der aus ihrem dienst die seele hätte rein zurückgezogen personen dr goll medizinalrat gelesen von herrmann rosgams dr schön gelesen von larch rolander alva gelesen von patrick wallace warteschwarz kunstmaler gelesen von marty chriss prinzess kearni afrikareisender gelesen von ramona deininger schnabel schigolz gelesen von algipag rodrigo gelesen von wuppahippo alfred hugenberg gelesen von birgit escherich gelesen von ernst patinama lulu gelesen von susanna gräfin geschwitz gelesen von caroline sophie ferdinand kutscher gelesen von julia niedermeyer henriette zimmermädchen gelesen von nadine eckertbouret tierbändiger gelesen von ramona deininger schnabel ein bedienter die rolle hunkenberg wird von einem mädchen gespielt prolog erzählt von rapunzelina aufzögin erzählt von kalinda prolog ein tierbändiger tritt nachdem der aufgezogene vorhang einen zelteingang hat sichtbar werden lassen in zino beruhten frack weiße krawatte langen schwarzen locken weißen beinkleidern und stülpstiefeln in der linken eine hetzpeitsche in der rechten einen geladenen revolver unter zimbelklängen und paukenschlägen aus dem zelt hereinspaziert in die menagerie ihr stolzen herrn ihr lebenslustigen frauen mit heißer wollust und mit kaltem grauen die unbeseelte kreatur zu schauen gebändigt durch das menschliche genie hereinspaziert die vorstellung beginnt auf zwei personen kommt umsonst ein kind hier kämpfen tier und mensch im engsten gitter wo jener höhnend seine peitsche schwingt und dieses mit gebrüll wie ungewitter dem menschen mörderisch an die kehle springt wobald der kluge bald der starke siegt bald mensch bald hier geduckt am estrich liegt das tier bäumt sich der mensch auf allen vieren ein eisig kalter herrscher blickt die bestie beugt entartet das genick und läßt sich fromm die verse drauf postieren schlecht sind die zeiten all die herrn und damen die einst vor meinem käfig sich gescharrt beehren possen nipsen opern dramen mit ihrer hochgeschätzten gegenwart an futter fehlt es meinen pensionären so daß sie gegenseitig sich verzehren wie gut hat's am theater ein akteur des fleischs auf seinen rippen ist er sicher sei auch der hunger ein ganz fürchterlicher und des kollegen magen noch so leer doch will man großes in der kunst erreichen darf man verdienst nicht mit dem lohn vergleichen was seht ihr in den lust und trauer spielen haustiere die so wohl gesittet fühlen an blasser pflanzen kost ihr müdchen kühlen und schwelgen in behaglichem geplär wie jene andern unten im parterre der eine held kann keinen schnaps vertragen der andre zweifelt ob er richtig liebt den dritten hört ihr an der welt verzagen fünf akte lang hört ihr ihn sich beklagen und niemand der den gnadenstoß ihm gibt das wahre tier das wilde schöne tier das meine damen sehen sie nur bei mir sie sehen den tiger der gewohnheitsmäßig was in den sprung ihm läuft hinunterschlingt den bär der von anbeginn gefräßig beim späten nachtmal tot zu boden sinkt sie sehen den kleinen amüsanten affen aus langeweile seine kraft verpaffen er hat talent doch fehlt ihm jede größe drum kokettiert er frech mit seiner blöße sie sehen in meinem zelte meiner seel sogar gleich hinterm vorhang ein kamel und sanft schmiegt das getier sich mir zu füßen wenn er schießt ins publikum donnernd mein revolver knallt rings bebt die kreatur ich bleibe kalt der mensch bleibt kalt sie ehrfurchtsvoll zu grüßen hereinspaziert sie trauen sich nicht herein wohlan sie mögen selber richter sein sie sehen auch das gewürm aus allen zonen kamäleone schlangen krokodile drachen und molche die in klüften wohnen gewiß ich weiß sie lächeln in der stille und glauben mir nicht eine silbe mehr er lüftet den thörvorhang und ruft in das zelt he o tschüste bring mir unsere schlange her ein schmähbohiger arbeiter trägt die darstellerin der lulu in ihrem pierrotkostüm aus dem zelt und setzt sie vor dem thier bändiger nieder sie ward geschaffen unheiland zu stiften zu locken zu verführen zu vergiften zu morden ohne daß es einer spürt lulu am kien mein süßes tier sei ja nur nicht geziert nicht albern nicht gekünstelt nicht verschroben auch wenn die kritiker dich weniger loben du hast kein recht uns durch miauen und fauchen die urgestalt des weibes zu verstauchen durchwachsen machen und fratzen schneiden des lasters kinder ein falt zu verleiden du sollst drum sprech ich heut sehr ausführlich natürlich sprechen und nicht unnatürlich denn erstes grundgesetz seit frühester zeit in jeder kunst war selbstverständlichkeit zum publikum es ist jetzt nichts besonderes dran zu sehen doch warten sie was später wird geschehen mit starkem druck umzingelt sie den tiger er heult und stöhnt wer bleibt am ende sieger hoppo juist marsch trag sie an ihren platz der arbeiter nimmt lulu quer auf die arme der thierbändiger tätschelt ihr die hüften die süße unschuld meinen größten schatz der arbeiter trägt lulu ins zelt zurück und nun bleibt noch das beste zu erwähnen mein schädel zwischen eines raubthiers zähnen hereinspaziert das schauspiel ist nicht neu doch seine freude hat man stets dabei ich wage es ihm den rachen aufzureißen und dieses raubthier wagt nicht zuzubeißen so schön es ist so wild und bunt gefleckt vor meinem schädel hat das thier respekt getrost leg ich mein haupt ihm in den rachen ein witz und meine beiden schläfen krachen dabei verzicht ich auf des auges blitz mein leben setz ich gegen einen witz die peitsche werf ich fort und diese waffen und geb mich harmlos wie mich gott geschaffen wißt ihr den namen den dies raubthier führt verehrtes publikum hereinspaziert der tierbändiger tritt unter zimbelklängen und paukenschlägen in das zelt zurück ende von prologue akt 1 von erdgeist von frank wedekind dies ist eine liebe wachs aufnahme alle liebe wachs aufnahmen sind lizenfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei liebe wachs punkt org erster aufzug geräumiges atelier rechts hinten entre tür rechts vorn seitentür zum schlafkabinett in der mitte ein podium hinter dem podium eine spanische wand vor dem podium ein smirnerteppich links vorn zwei staffeleien auf der hinten das brustbild eines jungen mädchens gegen die vordere lehnt eine umgekehrte leinwand vor den staffeleien etwas gegen die mitte vorn eine ottomane darüber tigerfell rechts an der wand zwei sessel im hintergrund eine trittleiter erster auftritt schwarz und schön schön auf dem fußenden der ottomane sitzend mustert das brustbild auf der hinteren staffelei wissen sie daß sich die dame von einer ganz neuen seite kennen lerne schwarz pinsel und palette in der hand steht hinter der ottomane ich habe noch niemanden gemeld bei dem der gesichtsausdruck so ununterbrochen verwechselte es war mir kaum möglich einen einzigen zu dauernd festzuhalten schön auf das bild deutend ihn ansehend finden sie das darin ich habe das erde christ getan und durch meine unterhalten während der setzungen wenigstens etwas ruhe in der stimmung hervorzurufen dann verstehe ich den unterschied schwarz taucht den pinsel ins ölnöpfchen und überstreicht die gesichtszüge glauben sie es wird dadurch ähnlicher man kann nicht mehr tun als es mit der kunst gewissenhaft wie möglich nehmen sagen sie mal schwarz zurücktretend die farbe ist auch wieder etwas eingeschragen schön ihn ansehend haben sie jemals in ihrem leben ein weib geliebt schwarz geht auf die staffelei zu setzt eine farbe auf und tritt auf der anderen seite zurück der stoff ist noch nicht genügend aufgehoben man sieht noch nicht recht daß ein lebender körper darunter ist ich zweifle nicht daran daß die arbeit gut ist wenn sie hierher treten wollen schön sich erhebend sie müssen ihre wahre schauer geschichten erzählt haben so weit wie möglich zurück schön zurücktretend stößt die an die vordere staffelei gelehnte leinwand um pardon schwarz den rahmen aufhebend oh bitte schön betroffen was ist das kennen sie sie nein schwarz setzt das bild auf die staffelei man sieht eine dame als pierrot gekleidet mit einem hohen schäferstab in der hand ein kostümbild die ist ihnen aber gelungen sie kennen sie nein und in dem kostüm es fehlt noch die ganze ausführung na ja was wollen sie während sie mir steht habe ich das vergnügen ihrem mann zu unterhalten sagen sie über kunst natürlich um ein glück zu ververständigen wie kommen sie denn zu der reißenden bekanntschaft wie man dazu kommt ein steinarter wackliger knaps fährt mir hierherein ob ich seine frau malen könne nun natürlich und wenn sie runds liegt wie mutter erde ist an den tagspunkt zehn fliegen die tören auf und der schmerbach treibt dieses enkelskind vor sich her ich fühle jetzt noch wie mir die knie schwankten ein stocksteifer saftgrüner lackey mit einem paket unter dem arm wo die gaberobe sei denken sie sich meiner lager ich öffne die tür da nach rex deutend nur ein glück dass schon alles in ordnung war das süße geschipp huscht hinein und der alter postiert sich aus schanzkorb davor zwei minuten darauf tritt sie in diesem perot heraus den kopf schüttelnd ich habe nie sowas gesehen geht nach rechts und start an die schlafzimmertür hin schön der ihm mit dem blick gefolgt und der schmerzbauch steht schildwache schwarz sich umwendend der ganze körper im einklang mit dem unmöglichen kostüm als wäre er darin zur welt gekommen ihre art die ellbogen in die taschen zu vergraben die füchen vom teppich zu heben mir schießt oft das blut zu kopf das sieht man dem bild an schwarz kopf schüttelnd unterreine wissen sie hier führt das modell die konversation sie hat den mund noch nicht aufgetan ist möglich erlauben sie dass ich ihnen das kostum zeige nach rechts ab schön allein vor dem piero eine teufelsschönheit vor dem brustbild hier ist mir font nach vorn kommend er ist noch etwas jung für sein alter schwarz kommt mit einem weißen atlas kostüm zurück was das für ein stoff sein mag schön den stoff befüllend atlas und alles in einem stück wie kommt man denn da hinein das kann ich ihnen nicht sagen schön das kostüm bei den beinen nehmend diese riesigen hosen pfeifen die linke raff sie hinauf schön auf das bild sehend bis übers nie sie macht das zümen zücken und transparente strümpfe die wollen nämlich gematt sein oh das können sie dabei von einer koketterie wie kommen sie auf den entsetzlichen verdacht es gibt dinge von denen sich unsere schuhweisscheid nicht träumen lässt trägt das kostüm in sein schlafzimmer schön allein wenn man schläft schwarz kommt zurück sieht nach der uhr wenn sie übrigens ihre bekanntschaft machen wollen nein sie müssen im augenblick hier sein wie oft wird denn die dame noch sitzen müssen ich werde die tante lusqua wohl noch ein vierteljahr zu erdodern haben ich meine die andere entschuldigen sie dreimal höchstens ihn zur türe geleitend wenn mir die dame dann nur ihrer talie da lassen will mit vergnügen lassen sie sich bald wieder bei mir sehen stößt in der tür auf dr gol und lulu in gottes namen zweiter auftritt dr gol die vorigen darf ich verstellen dr gol zu schön was treiben denn sie hier schön lulu die hand küssend frau medizinalrat sie wollen doch nicht schon gehen welcher wind führten sie hierher ich habe mir das bild meiner braut angesehen lulu nach vorn kommend ihre braut ist hier sie lassen hier also auch arbeiten lulu vor dem brustbild sie da bezaubernd entzückend gol sich umsehend sie halten sie wohl hier irgendwo versteckt das ist also das süße wunderkind das sie zu einem menschen gemacht sie sitzt meistens am nachmittag und davon erzählen sie einem nichts lulu sich umwendend ist sie denn wirklich so ernst wohl noch die nachwirkung der pensionszeit gnädige frau gol vor dem brustbild man sieht dass sie eine tiefgehende wandlung durchgemacht haben nun dürfen sie sie aber nicht mehr länger warten lassen in vierzehn tagen denke ich unsere verlobung bekannt zu machen gol zu lulu lass uns keine zeit verlieren hopp lulu zu schön denken sie wir fuhren im trab über die neue kai brücke ich habe selber kutschiert schön will sich verabschieden nein nein wir sprechen nachher weiter geh neli hopp jetzt kommt's an mich unser appelles legt sich schon die pinzel ab ich hatte mir das viel amüsanter vorgestellt sie haben dabei immerhin die genugtuung uns den seltensten genuß zu bereiten lulu nach rechts gehend na warten sie nur schwarz vor der schlafzimmertür wenn frau obermeritenrat so freundlich sein wollen schließt die tür hinter ihr und bleibt davor stehen ich habe sie in unserem ehekontrakt nämlich nelly getauft so ja was halten sie davon warum nennen sie sie nicht lieber mignon das wäre auch was daran habe ich nicht gedacht glauben sie dass der name so viel dabei ausmacht sie wissen ich habe keine kinder schön sein zigaretten etui aus der tasche nehmend sie sind doch aber auch erst ein paar monate verheiratet danke ich wünsche mir keine rauchen sie eine zigarette gol sich bedienend ich habe an dem einen vollkommen genug zu schwarz sagen sie mal was macht denn eigentlich ihre kleine tänzerin schön sich nach schwarz umwendend sie und eine tänzerin die dame saß mir damals nur aus gefährlichkeit ich kenne die dame von einem ausflug des kekelinvereins her gol zu schön ich glaube wir kriegen anderes wetter das geht wohl nicht so rasch mit der toilette das geht wie der blitz die frau muss virtuosin in ihrem fach sein das muss jeder von uns in seinem fach wenn das leben nicht zur bettelei werden soll ruft hopp nelly schwarz an der tür frau obermeritenrat lulu von innen gleich gleich gol zu schön ich begreife solche stockfische nicht ich beneide sie diese stockfische kennen nichts heiligeres als ihr hungertuch sie fühlen sich reicher als unsreiner mit dreizigtausend mark renten sie können übrigens nicht über einen menschen urteilen der von kindesbeinen an von der palette in den mund gelebt hat nehmen sie es auf sich ihn zu finanzieren es ist ein rechenexempel mir fehlt der moralische mut man verbrennt sich auch leicht die finger lulu als pierrot aus dem schlafzimmer tretend da bin ich schön wendet sich um nach einer pause superb lulu tritt näher nun sie beschämen die künste phantasie wie gefall ich ihnen ein bild vor dem die kunst verzweifeln muß finden sie nicht auch schön zu lulu sie wissen doch wohl nicht recht was sie tun ich bin mir meiner vollkommen bewußt dann dürften sie etwas besonnener sein ich tue ja doch nur meine schuldigkeit sie sind gepudert was fällt ihnen ein sie hat eine weiße haut wie ich sie noch nirgends gesehen habe ich habe unserem raphael auch gesagt er möge sich mit dem fleisch nur ja so wenig wie möglich abgeben ich kann mich einmal für die moderne kleckserei nicht begeistern schwarz an den staffeleien seine farben präparierend dem impressionismus dankt es die heutige kunst jedenfalls da sie sich alten meistern ohne erröten an die seite stellen darf für ein stück schlachtvieh mag sie ja ganz angebracht sein nur um gottes willen keine aufregung lulu fällt goll um den hals und küsst ihn man sieht ein negligee du musst es herunterziehen ich hätte es am liebsten weggelassen es geniert nur er wäre imstande und malte es hin lulu nimmt den schäferstab der an der spanischen wand lehnt auf das podium steigen zu schön was würden sie jetzt sagen wenn sie zwei stunden parade stehen müssten meine seele verschreib ich dem teufel um mit ihnen tauschen zu dürfen goll sich rechts setzend kommen sie hierher hier ist nämlich mein beobachtungsposten lulu das linke beinkleid bis zum knie hinauf raffend zu schwarz so ja lulu es um eine idee höher raffend so ja ja goll zu schön der auf dem sessel neben ihm platz genommen hat mit einer handbewegung ich finde sie nämlich von hier aus noch vorteilhafter lulu ohne sich zu rühren ich bitte sehr ich bin von allen seiten gleich vorteilhaft schwarz zu lulu das rechte knie weiter vor bitte schön mit einer geste der körper zeigt vielleicht feinere linien die beleuchtung ist heute zumindest halbwegs erträglich sie müssen sie flott hinwerfen fassen sie ihren pinsel etwas länger gewiss herr behandeln sie sie als stilleben gewiss herr doctor zu lulu sie fleckt in dem kopf um eine idee höher zu halten frau lulu den kopfhebend malen sie mir die lippen etwas geöffnet malen sie schnee auf eis wenn sie sich dabei erwärmen dann wird ihre kunst sofort unkünstlerisch gewiss herr doctor die kunst wissen sie muss die natur so wiedergeben dass man wenigstens geistig dabei genießen kann lulu den mund etwas öffnend zu schwarz so sehen sie so halte ich sie halb geöffnet sobald die sonne kommt werft die mauer von gegenüber warmer reflexereien goll zu lulu du mußt dich in deiner stellung überhaupt so verhalten als ob unser velasquez hier gar nicht vorhanden wäre einmaler ist doch auch eigentlich gar kein mann ich glaube nicht daß sie von einer rühmlichen ausnahme so ohne weiteres auf die ganze zunft schließen dürfen schwarz von der staffelei zurücktretend ich hätte mir im vergangenen herbst doch lieber ein anderes atelier mieten mußen schön zu goll was ich fragen wollte haben sie die kleine omorphe schon als peruanische perlenfischerin gesehen morgen sich sie mir zum vierten mal an der fürst polosow führte mich hin sein haar ist vor entzücken schon wieder dunkelblond geworden sie finde sie also auch so fabelhaft wer will das je im voraus beurteilen ich glaube es hat geklopft entschuldigen sie mich einen augenblick geht zur tür und öffnet du darfst ihm getrost etwas unbefangene an anlächeln dem macht das gar nichts und wenn wozu sitzen wir beide denn hier dritter auftritt schön die vorigen alva noch hinter der spanischen wand darf man eintreten mein sohn das ist ja herr alva kommen sie nur ungeniert herein alva vortretend reicht schön und goll die hand herr medizinalrat sich nach lulu umwendend sehe ich recht wenn ich sie doch nur für meine hautrolle engagieren könnte ich würde für ihr stück wohl kaum gut genug tanzen aber sie haben doch einen tanzlehrer wie man ihn an keiner bühne europas findet was führt ich denn hierher sie lassen hier wohl auch insgeheim irgendjemand porträtieren alva zu schön ich wollte dich zur generalprobe abholen schön erhebt sich lassen sie denn heute schon in vollem kostüm tanzen versteht sich kommen sie mit in fünf minuten muss ich auf der bühne sein zu lulu ich unglückliche ich habe ganz vergessen wie nennt sich doch ihr ballett dalai lama ich glaubte der wäre im irren aus sie meinen nietzsche herr sanitätsrat sie haben recht ich verwechse die beinen ich habe dem buddhismus auf die beine geholfen an den beinen ergern man den bühnen dichter die corticelli tanzte den jugendlichen buddha als hätte sie am ganges das licht der welt erblickt solang die mutter noch lebte tanzte sie mit den beinen als sie dann frei wurde tanzte sie mit dem verstande jetzt tanzte sie mit dem herzen wenn sie sie sehen wollen danke kommen sie doch mit unmöglich wir haben übrigens keine zeit zu verlieren kommen sie mit herr medizinalrat im dritten akt sehen sie dalai lama in seinem kloster mit seinen mönchen mir wär es lediglich um den jugendlichen buddha zu tun was findet sie denn es geht nicht es geht nicht wir gehen nachher zu peters da können sie ihre bewunderung ausdruck geben dringen sie nicht weiter in mich ich bitte sie sie sehen die zahmen affen die beiden brahmanen die kleinen mädchen bleiben sie mir nur um gottes willen mit den kleinen mädchen von halber reservieren sie uns eine proszeniumslobe auf montag herr alva wie konnte gnädiger frau daran zweifeln wenn ich zurückkomme hat mir den höllenbrögel das ganze bild verpatzt das wäre doch kein unglück das läßt sich übermalen wenn man dem karadatschi nicht jeden pinzelstrich expliziert ich halte übrigens ihre befürchtungen für unbegründet das nächste mal meine herren die brahmanen werden ungeduldig die töchter nirwanes schlottern in ihren trikots verdammte kleckserei man wird uns auszanken daß wir sie nicht mitbringen in fünf minuten bin ich zurück stellt sich links vorn hinter schwarz und vergleicht das bild mit lulu mich ruft leider die pflicht gnädige frau gol zu schwarz sie müssen hier ein wenig mehr modellieren das haar ist schlecht sie sind nicht genug bei der sache kommen sie nun nur hopp zu peters bringen mir keine zehn pferde schön alva und gol folgend wir nehmen meinen wagen der untersteht vierter auftritt schwarz lulu schwarz beugt sich nach links spuckt aus back wäre doch das leben zu ende der brotkorb brotkorb und maurkorb jetzt bäumt sich mein künstlersturz nach einem blick auf lulu diese gesellschaft erhebt sich geht nach rechts hinten betrachtet lulu von allen seiten setzt sich wieder an die staffelei die wahr würde einem schwer wenn ich frau obermedizinerat ersuchen darf die rechte hand etwas höre lulu nimmt den schäferstab so hoch sie reichen kann für sich wer hätte das für möglich gehalten ich bin wohl recht lächerlich er kommt gleich zurück ich kann nicht mehr tun ausmalen da ist er schwarz sich erhebend nun hören sie nicht es kommt jemand ich wusste es ja es ist der hausmeister er fällt die treppe gott sei dank sie beleiten herr obermedizinerat wohl auf seine praxis das fehlte mir noch weil sie es nicht gewohnt sind allein zu sein wir haben zu hause eine haushälterin die ihnen gesellschaft leistet sie hat viel geschmack wofür sie zieht mich an sie gehen wohl viel auf bäle nie wozu brauchen sie dann die toiletten zum tanzen sie tanzen wirklich chardas samakweka skirtdance werdet sie denn das nicht dann sie finden mich hässlich sie verstehen mich nicht wer gibt ihnen denn den unterricht er wer er 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 spielt violine man lernt jeden tag ein neues stückwert kennen ich habe in paris gelernt ich nahm stunden bei eugenie fouger sie hat mich auch ihre kostüme kopieren lassen sie hat mich auch ihre kostüme kopieren lassen wie sind denn die grünes spitzenröckchen bis zum knie ganz in pflanz dekolletiert natürlich sehr dekolletiert und fürchterlich geschnürt hellgrüne unterrock dann immer heller schneeweiße dessous mit handbreiten spitzen ich kann nicht mehr malen sie doch schwarz mit dem spachtel schabend ist ihnen denn nicht kalt gott bewahre nein wie kommen sie auf die frage ist ihnen denn so kalt heute nicht nein gottlob kann man atmen wieso lulu atmet tief ein lassen sie das bitte springt auf wirft pinsel und palette weg geht auf und nieder der stiefelputzer hat es wenigstens nur mit ihren fußen zu tun seine farbe frisst ihm auch nicht ins geld wenn mir morgen das abendbrot wird fragt mich kein wird dem kindernach ob ich mich auf ausstellenschlecken verstehe ist das ein unhold schwarz nimmt die arbeit wieder auf was jagt den köl auch in dieser probe mir wäre es auch lieber er wäre dageblieben wir sind wirklich die materer unseres berufes ich wollte ihnen nicht wehtun schwarz zögernd zu lulu wenn sie links das beinkleid ein wenig höre hier schwarz tritt zum podium erlauben sie was wollen sie ich zeige es ihnen es geht nicht sie sind nervos will ihre hand fassen lulu wirft ihm den schäferstab ins gesicht lassen sie mich in ruhe eilt zu anderer tür sie bekommen mich noch lange nicht sie verstehen keinen scherz doch ich verstehe alles lassen sie mich nur frei mit gewalt erreichen sie gar nichts bei mir gehen sie an ihre arbeit sie haben kein recht mich zu belästigen flüchtet hinter die ottomane setzen sie sich hinter ihre staffelei schwarz will um die ottomane so bord ich sie für ihre launenhaftigkeit bis strafhaber lulu ausweichend dazu müssen sie mich aber erst haben gehen sie sie erwischen mich doch nicht in langen kleidern wäre ich ihnen längst in die hände gefallen aber in den piero schwarz sich der länge nach über die ottomane werfend habe ich dich lulu schlägt ihm das tigerfell über den kopf gute nacht springt über das podium klettert auf die trittleiter ich sehe über alle städte der erde weg schwarz sich aus der decke wickelnd dieser bark ich greife in den himmel und stecke mir die sterne ins haar schwarz ihr nachkletternd ich schutter bis sie herunterfallen lulu höher steigend wenn sie nicht aufhören werfe ich die leiter um werden sie meine beine loslassen gott schütze polen bringt sie leiter zu fall springt auf das podium und wirft schwarz wie er sie vom boden aufrafft die spanische wand an den kopf nach vom eiland an den staffeleien ich habe ihnen ja gesagt dass sie mich nicht bekommen schwarz nach vorn kommt lassen sie uns fäden schließen will sie umfassen bleiben sie mir vom leib oder sie wirft ihm die staffelei mit dem brustbild entgegen das beides krachend zu boden stürzt schwarz schreit auf barmherziger gott lulu links hinten das loch haben sie selber hineingeschlagen ich bin ruiniert zehn wochen arbeit meine reise meine ausstellung jetzt ist nicht mehr zu verlieren stürzt ihr nach lulu springt über die ottomane über die umgestürzte trittleiter kommt über das podium nach vorn ein graben fallen sie nicht hinein stapft durch das brustbild sie hat einen neuen menschen aus ihm gemacht fällt von über schwarz über die spanische wand stolpernd ich kenne kein ehrbar man mehr lulu im hintergrund lassen sie mich jetzt in ruhe mir wird schwindelig oh gott oh gott kommt nach vorn und sinkt auf die ottomane schwarz verriegelt die tür darauf setzte er sich neben sie ergreift ihre hand und bedeckt sie mit küssen hält inne man sieht ihm an dass er einen inneren kampf kämpft lulu schlägt die augen auf er kann zurück kommen wie ist dir als wäre ich ins wasser gefallen ich liebe dich ich liebte einmal einen studenten nelly mit 24 schmissen ich liebe dich nelly ich heiße nicht nelly schwarz küsst sie ich heiße lulu ich werde dich eve nennen wissen sie wieviel uhr es ist schwarz nach der uhr sehend halb elf lulu nimmt die uhr und öffnet das gehäuse du liebst mich nicht doch es ist fünf minuten nach halb elf gib mir einen kuss eve lulu nimmt ihn am kinn und küsst ihn wirft die uhr in die luft und fängt sie auf sie riechen nach tabak warum sagst du nicht du es würde unbehaglich du verstärst dich sie verstellen sich selber wie mir erscheint ich mich verstellen wie kommen sie nur darauf das hatte ich niemals nötig schwarz erhebt sich fassungslos sich mit der hand über die stirn fahrend ametiker ich kenne die welt nicht lulu schreit bringen sie mich nur nicht um schwarz sich rasch umwendend du hast noch nie geliebt lulu sich halb aufrichtend sie haben noch nie geliebt gol von außen machen sie auf lulu ist aufgesprungen verstecken sie mich oh gott verstecken sie mich gol gegen die tür polternd machen sie auf schwarz will zur tür lulu hält ihn zurück er schlägt mich tot gol gegen die tür polternd machen sie auf lulu vor schwarz niedergesunken umfasst seine kniee er schlägt mich tot er schlägt mich tot stellen sie auf die tür fällt krachend ins atelier fünfter auftritt gol die vorigen gol mit blutunterlaufenden augen stürzt mit erhobenem stock auf schwarz und lulu los ihr hunde ihr keucht ringt einige sekunden nach atem und schlägt vornüber auf die diele schwarz wankt in den knien lulu hat sich zur tür geflüchtet pause schwarz tritt an gol heran herr herr medi herr medici herr medizinal herr medizinrat lulu in der tür bringen sie doch bitte erst das atelier in ordnung herr medizinrat beugt sich nieder herr tritt zurück er hat sich die sterne geritzt helfen sie mir ihn auf die automane legen lulu bebt scheu zurück nein nein schwarz sucht ihn umzukehren herr medizinrat er hört nicht helfen sie mich doch nur wir heben ihn zu zweit auch nicht schwarz sich emporrichten man muss zum arzt schicken er ist furchtbar schwer schwarz seinen hut nehmend seien sie doch bitte so freundlichen richten sie bis ich zurück bin die sterlagen ein wenig zurecht ab sechster auftritt lulu goll auf einmal springt er auf eindringlich bussi er lässt sich nichts merken kommt in weitem bogen nach vorn er sieht mir auf die füße und beobachtet jeden schritt den ich tue er hat mich überall im auge sie berührt ihn mit der fußspitze bussi zurückweichend es ist ihm ernst der tanz ist aus er lässt mich sitzen was fang ich an beugt sich zur erde ein wildfremdes gesicht sich aufrichtend und niemand der ihm den letzten dienst erweist ist das trostlos siebenter auftritt schwarz die vorigen noch nicht wieder zur besinnung gekommen lulu links vorn was fang ich an schwarz über gold gebeugt herr mediziner rat ich glaube beinah es ist ihm ernst reden sie doch anständig er würde mir das nicht sagen er lässt sich von mir vortanzen wenn er sich nicht wohl fühlt der arzt muss im augenblick hier sein arznei hilft ihm nicht aber man tut doch im solchen fall was man kann er glaubt nicht daran wollen sie sich denn nicht wenigstens umziehen ja gleich worauf warten sie denn noch ich bitte sie was denn schließen sie ihm die augen sie sind entsetzlich noch lange nicht so entsetzlich wie sie wie ich sie sind eine verbrechernatur wird sie denn diesen moment gar nicht ich trifft das auch mal ich bitte sie jetzt schweigen sie endlich mal sie trifft das auch mal das brauchen sie einen in einem solchen augenblick wirklich nicht noch zu sagen ich bitte sie tun sie was ihnen nötig scheint ich kenne das nicht lulu rechts von goll er sieht mich an schwarz links von goll mich auch sie sind ein feigling schwarz schließt goll mit dem taschentuch die augen es ist das erste mal in meinem leben das ich dazu verurteilt bin haben sie es denn ihrer mutter nicht getan schwarz nervös nein sie waren wohl auswärts nein oder sie fürchteten sich schwarz heftig nein lulu bäbt zurück ich wollte sie nicht beleidigen sie lebt noch dann haben sie doch noch jemanden sie ist beterlam das kenne ich sporten sie meine nicht jetzt bin ich reich es ist grauenärigend geht nach links was kann sie davor lulu für sich was fang ich an schwarz für sich vollkommen verwildert schwarz links lulu rechts sehn einander misstrauisch an schwarz geht auf sie zu er greift ihre hand seh mir ins auge lulu ängstlich was wollen sie schwarz führt sie zur ottomane nötigt sie neben ihm platz zu nehmen seh mir in die augen ich seh mich als pierrot darin schwarz stößt sie von sich wer wunscht der tanzerei ich muss mich umziehen schwarz hält sie zurück eine frage ich darf ja nicht antworten schwarz wieder an der ottomane kannst du die wahrheit sagen ich weiß es nicht glaubst du an einen schöpfer ich weiß es nicht kannst du bei etwas schwören ich weiß es nicht lassen sie mich sie sind verrückt woran glaubst du denn ich weiß es nicht hast du denn keine seele ich weiß es nicht hast du schon einmal geliebt ich weiß es nicht schwarz erhebt sich geht nach links für sich sie weiß es nicht lulu ohne sich zu rühren ich weiß es nicht schwarz mit einem blick auf gold er weiß es lulu sich ihm nähernd was wollen sie wissen schwarz empört geh zieh dich an lulu geht ins schlafkabinett achte auftritt schwarz gold ich möchte tauschen mit dir du tote ich gebe sie dir zurück ich gebe dir meine jugend dazu mir fehlt der mund und der glaube ich habe mich zu lange gedulden müssen es ist zu spät für mich ich bin dem glück nicht gewachsen ich habe eine höllische angst davor wach auf ich habe sie nicht angerät er öffnet den mund mund auf und augen zu wie die kinder bei mir es ist umgekehrt wach auf wach auf kniet nieder und bindet ihm sein taschentuch um den kopf hier flehe ich zum himmel er möge mich befähigen glücklich zu sein er möge mir die kraft geben und die seelische freiheit nur ein klein wenig glücklich zu sein um ihret willen einzig um ihret willen neunter auftritt lulu die vorigen lulu tritt aus dem schlafkabinett vollständig angekleidet den hut auf die rechte hand unter den linken achsel zu schwarz den linken arm hebend würden sie mich hier zuhaken meine hand zittert ende von acht eins acht zwei von erdgeist von frank weder kind dies ist eine liebe vox aufnahme alle liebe vox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei liebe vox punkt org zweiter aufzug sehr eleganter salon rechts hinten entre tures vorne rechts und links portieren zu der links führen einige stufen hinan an der hinterwand über dem kamin im prachtvollen brokatrahmen lulus bild als pierrot links ein hoher spiegel davor ein chaise lung rechts ein schreibtisch in ebenholz in der mitte einige sessel um ein chinesisches tischchen erster auftritt lulu schwarz dann henriette lulu in grünseidenem morgenkleid steht regenslos vor dem spiegel runzelt die stern fährt mit der hand darüber befüllt ihre wangen trennt sich vom spiegel mit einem missmütigen halbzornigen blick geht nach rechts sich mehrmals umwendend öffnet auf dem schreibtisch eine schatulle zündet sich eine zigarette an sucht unter den büchern die auf dem tisch liegen nimmt eines zur hand legt sich auf die schaiselung dem spiegel gegenüber lest nachdem sie einen moment gelesen das buch singen nicht sich ernsthaft zu nimmt die lektüre wieder auf schwarz pinsel und palette in der hand tritt von rechts ein beugt sich über lulu küsst sie auf die stirn geht nach links die stufen hinan wendet sich an der portiere um er war lulu lächelnd befehlen ich finde du siehst heute außerordentlich reizen aus lulu mit einem blick in den spiegel es kommt auf die ansprüche an dein haar atmet eine morgen frische ich komme aus dem wasser schwarz sich ihr nähernd ich habe heute furchtbar zu tun das redest du dir ein schwarz legt pinsel und palette auf dem teppich und setzt sich auf den rand der schaiselung was liest du denn da lulu liest plötzlich hörte sie einen rettungssanker die treppe heraufwinken wer in aller welt schreibt denn so ergreifend lulu liest es war der geldbriefträger henriette durch die entree eine hutschachtel am arm setzt ein tablett mit briefen auf den tisch die post ich gehe der putzmacherin den hut bringen haben gnädige frau noch etwas zu befinden schwarz winkt er sich zu entfernen henriette verschmitz lächelnd ab was hast du vergangene nacht denn alles geträumt das hast du mich heute doch schon zweimal gefragt schwarz erhebt sich nimmt die briefe vom tablett ich ziterre vor neuigkeiten ich fürchte jeden tag die welt könnte untergehen zur schaiselung zurückgekehrt lulu einen brief gebend an dich lulu führt das billett zur nase die kartizelle birgt es an ihrem busen schwarz einen brief durchfliegend meine summercube kartenzaren verkauft für fünfzigtausend mark wer schreibt denn das seddemeier in paris das ist das dritte bild seit unserer verheiratung ich weiß mich vor meinem glück kaum zu retten lulu auf die briefe deutend da kommt noch mehr schwarz eine verlobungsanzeige öffnend sieh da gibt sie lulu lulu liest herr regierungsrat heinrich ritter von sakinov beehrt sich ihnen von der verlobung seiner tochter charlotte marie adelaide mit herrn dr ludwig schön ergebenste mitteilung zu machen schwarz einen andern brief öffnend endlich es ist ja eine erwähigkeit daß er darauf laustürt sich vor der welt zu verloben ich begreife nicht ein gewaltmensch von seinem einfluß was steht denn seine heirat eigentlich im wege was ist das was du da liest eine einladung mich an der internationalen ausstellung in petersburg zu beteiligen ich weiß gar nicht was ich malen soll irgendeinen zückendes mädchen natürlich wenn du mir dazu modell stehen willst es gibt doch weiß gott auch andere hübsche mädchen genug ich gelange aber einem anderen modell genüber und wenn es bekannt wie die höhle ist nicht zu dieser wollen ausbeutung meines könnens dann muß ich jawohl ginge es denn nicht vielleicht auch liegend am liebsten möchte ich das arrangement wirklich deinem geschmack überlassen die briefe zusammenfaltend das wir nicht vergessen schön jedenfalls heute noch zu grazulieren geht nach rechts und schließt die briefe in den schreibtisch das haben wir doch längst getan seiner braut wegen du kannst es ihm ja noch einmal schreiben und jetzt zur arbeit nimmt pinsel und palette auf küsst lulu geht links die stufen hinan wendet sich an der portiere um er wach lulu lässt ihr buch sinken lächelnd befehlen schwarz sich ihr nähernd mir ist täglich auch sehe ich dich zum allerersten mal du bist schrecklich schwarz sinkt vor der schieselung in die knie liebkost ihre hand du trägst die schuld lulu ihm die locken streichelnd du vergeudest mich du bist ja mein du bist auch nie bestreckender als wenn du nur um gottes willen einmal ein paar stunden recht hässlich sein solltest ich habe nichts mehr seit ich dich habe ich bin mir verständig abhahnengekommen nicht so aufgeregt es läutet auf dem korridor schwarz zusammenfahrend verwunscht niemand zu hause vielleicht es ist der kunsthändler und wenn es der kaiser von china ist einen moment ab lulu visionär du du schließt die augen schwarz zurückkommend ein bettler der den fahrzug mitgemacht haben will ich habe kein kleingeld bei mir pinsel und palette aufnehmend es ist auch die höchste zeit dass ich endlich an die arbeit gehe nach links ab lulu ordnet vor dem spiegel ihre toilette streicht sich das haar zurück und geht hinaus zweiter auftritt lulu schigolch schigolch von lulu hereingeführt ich hätte in mir etwas chevraresque gedacht ein wenig mehr nimbus er ist etwas verlegen er brach ein wenig in die knie als er mich vor sich sah lulu rückt ihm einen sessel zurecht wie kannst du ihn auch anbettern deswegen habe ich meine siebenundsiebzig linzen nämlich hergeschläft du sagtest mir er halte sich morgens an seiner malerei er hatte noch nicht ausgeschlafen wieviel brauchst du zweihundert wenn du so viel flüssig hast meinetwegen dreihundert es sind mir einige klienten verduftet lulu geht an den schreibtisch und krammt in den schubladen bin ich müde schigolch sich umsehend das hat mich nämlich auch bewogen ich hätte lange gern gesehen wie es jetzt so bei dir zu hause aussieht nun es überläuft einen empor blickend wie bei mir vor fünfzig jahren statt der bummel lagen hatte man damals noch alte verrostete säbel den teufel noch mal du hast es weit gebracht scharrend die teppiche lulu gibt ihm zwei billets ich gehe am liebsten barfuß darauf schigolch lulus porträt betrachtend das bist du lulu zwinkernd fein wenn das alles gutes ist einen süßen was denn lulu erhebt sich elixierte spar hilf nichts zwingt er lulu nimmt aus einem schränkchen neben dem kamin karafe und gläser noch nicht nach vorn kommt das labsaal wirkt so verschieden er schlägt aus lulu zwei gläser füllend er schläft ein wenn er betrunken ist kannst du ihn in die eingeweide sehen lieber nicht setzt sich schigolch gegenüber erzähl mir die streisen werden immer länger und die beine immer kürzer und deine harmonika hat falsche luft wie ich mit meinem astspa ich denke nur immer das ausbeserlen ist nicht mehr demu wert stößt mit ihr an lulu leert ihr glas ich glaubte schon du wärst am ende am ende schon auf und davon das glaube ich auch schon aber wenn so erst die sonne hinunter ist so lässt es einen doch noch nicht ruhen ich hoffe auf den winter das wird hustend mein astspa soll ein paar gelegenheit ausfindig zu machen wissen lulu die gläser füllend du meinst man könnte dich drüben vergessen haben wär schon möglich weil es ja nicht der reihe nach geht ihr das knie streichelnd nun erzähl du mal lange nicht gesehen meine kleine lulu lulu zurückrückend lächelnd das leben ist doch unfasslich was weißt du du bist noch so jung dass du mich lulu nennst lulu nicht habe ich dich jemals anders gedacht ich heiße seit menschengedenken nicht mehr lulu eine andere benennungsweise lulu klingt mir ganz vorsindflutlich kinder kinder ich heiße jetzt als bliebe das prinzip nicht immer das gleiche du meinst wie heißt es jetzt eva gehüpft wie gesprungen ich höre darauf schigolch sieht sich um so habe ich es für dich geträumt du bist darauf angelegt was soll denn das lulu sich mit einem parfümflakon besprengend heliotop riecht das besser als du lulu ihn besprengend das brauch dich wohl nicht mehr zu kümmern wer hätte den königlichen luxus vorausgeahnt wenn ich zurückdenke hu schigolch ihr das knie streichelnd wie geht's dir denn treibst du noch immer französisch ich liege und schlafe das ist vornehm das sieht immer nach sowas aus und weiter und strecke mich wenn es knackt und wenn es geknackt hat was interessiert dich das was mich das interessiert was mich das interessiert ich wollte lieber bis zur jüngsten posaune leben und auf alle himmlischen heuden versicht leisten als meine lulu hienieden in entbehrung zurücklassen was mich das interessiert es ist mein mitgefühl ich habe ja mit meinem besseren ich schon verklärt aber ich habe noch das verständnis für diese welt ich nicht dir ist zu wohl lulu schaudernd blödsinnig wohl eher als bei dem alten tanzbär lulu wehmütig ich tanze nicht mehr für den war es auch zeit jetzt bin ich stockt sprich wie es dir ums herz ist mein kind ich hatte vertrauen in dich als noch nichts an dir zu sehen war als deine zwei großen augen was bist du jetzt ein tier das dich der und was für ein tier ein feines tier ein elegantes tier ein prax tier dann will ich mich man bei setzen lassen mit den verurteilen sind wir fertig auch mit dem gegen die leichen wäschern du hast nicht zu fürchten daß du noch mal gewaschen wirst mach auch nicht man wird doch niederschmutzig lulu ihn besprengend es würde dich noch mal ins leben zurückrufen wir sind moder bitte recht schön ich reibe mich täglich mit krampf fett ein und dann kommt puder darauf auch weil der mührwert der zirr bingelt wegen das macht die haut wie satin als wäre es deswegen nicht auch nur dreck danke schön ich will zum anbeißen sein sind wir auch geben da unten nächstens ein großes deiner halten offene tafel deine gäste werden sich dabei kaum überressen geduld mädchen dich setzen deine für ehre auch nicht in weingeist das heißt schöne melusine solang es seine schwungkraft behält nachher man nimmt's im zoologischen garten nicht sich erhebend die holden bestien bekämen lulu sich erhebend hast du auch genug es bleibt noch genug übrig um mir eine terrabinte aufs grab zu pflanzen ich find dasselbe hinaus ab lulu begleitet ihn und kommt mit dr schön zurück dritter auftritt lulu schön was tut denn ihr vater hier was haben sie wenn ich ihr mann wäre käme mir dieser mensch nicht über die schwelle sie können getrost du sagen er ist nicht hier ich danke für die ehre ich verstehe nicht das weiß ich ihr einen sessel bietend darüber möchte ich nämlich gerne mit ihnen sprechen lulu sich unsicher setzend warum haben sie mir denn das nicht gestern gesagt bitte jetzt nichts von gestern ich habe es ihnen vor zwei jahren schon gesagt lulu nervös ach so ich bitte dich deine besuche bei mir einzustellen darf ich ihnen ein elixier danke kein elixier haben sie mich verstanden lulu schüttelt den kopf gut sie haben die wahl sie zwingen mich zu den äußersten mitteln entweder sich ihrer stellung angemessen zu benehmen oder oder sie zwingen mich ich müßte mich an diejenige persönlichkeit wenden die für ihre aufführung verantwortlich ist wie stellen sie sich das vor ich ersuche ihren mann ihre wege selber zu überwachen lulu erhebt sich geht links die stufen hinan wo wollen sie denn hin lulu ruft unter der portiere walter schön aufspringend bist du verrückt lulu sich zurückwendend aha ich mache die übermenschlichsten anstrengungen um dich in der gesellschaft zu erhöhen auf deinen namen kannst du zehnmal stolzer sein als auf meine vertraulichkeit lulu kommt die stufen herunter legt schön den arm um den hals was fürchten sie denn jetzt noch wo sie am ziel ihrer wünsche sind keine komödie am ziel meine wünsche ich habe mich verlobt endlich ich habe jetzt den wunsch meine braut unter ein reines dach zu führen lulu sich setzend sie ist zum entzücken aufgeblüht in den zwei jahren sie sieht einem nicht mehr so ernsthaft durch den kopf sie ist jetzt erst ganz weit wir können einander treffen wo es ihnen angemessen scheint wir werden einander nirgends treffen es sei denn in gesellschaft ihres mannes sie glauben selber nicht an das was sie sagen dann muss doch er daran glauben ruf ihn nur durch seine verheiratung mit dir durch das was ich für ihn getan ist er mein freund geworden lulu sich erhebend meine auch dann werde ich mir das schwert über dem kopf herunterschneiden sie haben mich ja an die kette gelegt ihnen verdanke ich doch mein glück sie bekommen freunde die menge wenn sie erst wieder eine hübsche junge frau haben du beurteilst die frau nach dir er ist ein kinder gemüt er wäre deinen zeiten springen sonst längst auf die spur gekommen ich wünsche nicht mehr er würde seine kinderschuhe dann endlich ausziehen er pocht darauf daß er den heiratskontrakt in der tasche hat die mühe ist überstanden jetzt kann man sich geben und sicher gehen lassen wie zu hause er ist kein kinder gemüt er ist banal er hat keine erziehung er sieht nichts er sieht mich nicht und sich nicht er ist blind 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 schön halbfüßig wenn dem die augen aufgehen öffnen sie ihm die augen ich verkommer ich vernachlässige mich er kennt mich gar nicht was bin ich ihm er nennt mich schätzen und kleines teufelchen er würde jeder klavierlehrerin das gleiche sagen er erhebt keine prätentionen alles ist ihm recht das kommt weil er nie in seinem leben das bedürfnis gefüllt hat mit frauen zu verkehren ob das wahr ist er gesteht es ja ganz offen ein jemand seit seinem vierzehnten jahr kreti und pleti porträtiert er hat angst vor frauen er bebt für sein wohlbefinden mich fürchtet er nicht wie manches mädchen würde sich in deinem fall gott weiß wie selig preisen lulu zärtlich bittend verführen sie ihn sie verstehen sich darauf bringen sie ihn in schlechte gesellschaft sie haben die bekanntschaften ich bin ihm nichts als weib und wieder weib ich fühle mich so blamiert er wird stolz auf mich sein er kennt keine unterschiede ich denke mir das hirn aus tag und nacht um ihn aufzurütteln in meiner verzweiflung tanze ich kankan er gähnt und fasselt etwas von optionität unsinn er ist doch künstler er glaubt es wenigstens zu sein das ist schon die hauptsache wenn ich mich als modell hinstelle er glaubt auch er sei ein berühmter mann dazu haben wir ihn auch gemacht er glaubt alles er ist misstrauisch wie ein dieb und lässt sich anlügen dass man jeden respekt verliert als wir uns kennen lernten machte ich ihm weiß ich hätte noch nie geliebt schön fällt in einen lehnsessel er hätte mich ja sonst für ein verworfenes geschöpf gehalten du stellst weiß gott was für exorbitante anforderungen an legitime verhältnisse ich stelle keine exorbitanten aufforderungen oft träumt mir sogar noch von gol der war allerdings nicht banal er ist da als wäre er nie fort gewesen nur geht er wie auf socken er ist mir nicht böse er ist furchtbar traurig und dann ist er furchtsam als wäre er ohne polizeiliche erlaubnis da sonst fühlt er sich behaglich mit uns nur kommt er nicht darüber hinweg dass ich seither so viel geld zum fenster hinausgeworfen habe du sehnst dich nach der peitsche zurück mag sein ich tanze nicht mehr erzieh ihn dir dazu das wäre verlorene mühe unter hundert frauen sind neunzig die sich ihre männer erziehen er liebt mich das ist freilich fatal er liebt mich das ist eine unüberbrückbare kluft er kennt mich nicht aber er liebt mich hätte er nur eine annähernd richtige vorstellung von mir er würde mir einen stein an den hals binden und mich im meer versenken wo es am tiefsten ist schön sich erhebend kommen wir zu ende wie ihnen beliebt ich habe dich verheiratet ich habe dich zweimal verheiratet du lebst im luxus ich habe deinem mann eine position geschaffen wenn dir das nicht genügt und er sich dazu ins fäustchen lacht ich trage mich nicht mit idealen forderungen aber lass mich dabei aus dem spiel lulu mit entschlossenem ton wenn ich einem menschen auf dieser welt angehöre behöre ich ihnen ohne sie wäre ich ich will nicht sagen wo sie haben mich bei der hand genommen mir zu essen gegeben mich kleiden lassen als ich ihnen die uhr stehlen wollte glauben sie das vergißt sich jeder andere hätte den schutzmann gerufen sie haben mich zur schule geschickt und mir lebensart lernen lassen wer außer ihnen auf der ganzen welt hat je etwas für mich übrig gehabt ich habe getanzt und modell gestanden und war froh meinen lebensunterhalt damit verdienen zu können aber auf kommando lieben das kann ich nicht schön die stimme hebend laß mich aus dem spiel tu was du willst ich komme nicht um skandal zu machen ich komme um mir den skandal vom halse zu schaffen meine verbindung kostet mich opfer genug ich hatte vorausgesetzt mit einem gesunden jungen mann wie ihn sich eine frau in deinem alter nicht besser wünschen kann würdest du dich endlich zufrieden geben wenn du mir verpflichtet bist dann wirf mich dich mir nicht zum dritten mal in den weg soll ich denn noch länger warten bis ich mein teil in sicherheit bringe soll ich riskieren daß mir der ganze erfolg meiner konzession nach zwei jahren wieder ins wasser fällt was hilft mir dein verheiratet sein wenn man dich zu jeder stunde des tages bei mir ein und aus gehen sieht warum zum teufel ist dr goll nicht auch wenigstens ein jahr noch am leben geblieben bei dem warst du in verwahrung dann hätt ich meine frau längst unter dach was hätten sie dann das kind fällt ihnen auf die nerven das kind ist unverdorben für sie das kind ist viel zu sorgfältig erzogen was sollte ich gegen ihre verheiratung haben aber sie täuschen sich über sich selber wenn sie glauben mir ihre vorbestehenden verheiratung wegen ihrer verachtung zum ausdruck geben zu dürfen verachtung ich werde dem kind schon die richtige fassung geben wenn etwas verachtenswert ist so sind es deine intrigen lulu lachend bin ich auf das kind eifersüchtig das kann mir doch gar nicht einfallen wieso denn das kind das kind ist nicht einmal ein ganzes jahr jünger als du lass mir meine freiheit zu leben was ich noch zu leben habe sei das kind erzogen wie es will das kind hat gerade so wie du seine fünf sinne vierter auftritt schwarz die vorigen schwarz einen pinsel in der hand links unter der portiere was ist denn los lulu zu schön nun reden sie doch was habt ihr denn nichts was dich betrifft schön rasch ruhig man hat mich satt schwarz führt lulu nach links ab schön glättert in einem der bücher die auf dem tisch liegen es musste zur sprache kommen ich muss endlich die hände frei haben schwarz zurückkommt ist denn das eine art zu scherzen schön auf einen sessel deutend bitte was ist denn bitte schwarz sich setzend nun schön sich setzend du hast eine halbe million geheiratet ist sie weg nicht ein pfennig erklär mir den eigentümlichen auftritt du hast eine halbe million geheiratet daraus kann man mir kein verbrechen machen du hast dir einen namen geschaffen du kannst unbehelligt arbeiten du brauchst dir keinen wunsch zu versagen was habt ihr denn beide gegen mich seit sechs monaten schwelgst du in allen himmeln du hast eine frau um deren vorzüge die welt dich beneidet und die einen mann verdient den sie achten kann achtet sie mich nicht nein schwarz beklommen ich komme aus den dursteren tiefen der gesellschaft sie ist von oben her ich hege keinen heißeren wunsch als ihr ebenbürtig zu werden schön die hand reichend ich danke dir schön halb verlegen seine hand drückend bitte bitte schwarz mit entschlossenheit sprich nimm sie etwas mehr unter aufsicht ich sie wir sind keine kinder wie tendel nicht mehr leben sie fordert ernst genommen zu werden ihr wert gibt ihr das volle recht dazu was tut sie denn du hast eine halbe million geheiratet schwarz erhebt sich außer sich sie schön nimmt ihn bei der schulter nein das ist der weg nicht nötigt ihn sich zu setzen wir haben hier sehr ernst miteinander zu sprechen was tut sie rechne dir erst genau an den finger nach was du ihr zu verdanken hast und dann was tut sie mensch und dann mach dich für deine fehler verantwortlich und nicht sonst jemand mit wem mit wem wenn wir uns schießen sollen seit wann denn schön ausweichend ich komme nicht hierher um skandal zu machen ich komme um dich vor dem skandal zu retten schwarz kopfschüttelnd du hast sie mißverstanden schön verlegen damit ist mir nicht gedient ich kann dich in deiner blindheit nicht so weiterleben sehen das mädchen verdient eine anständige frau zu sein sie hat sich seit ich sie kenne zu ihrem bessern entwickelt seit du sie kennst seit wann kennst du sie denn etwas seit ihrem zwölften jahr schwarz verwirrt hat sie mir nichts gesagt sie verkaufte blumen vor dem alhambrakaffee sie drückte sich barfuß zwischen den gästen durch jeden abend zwischen zwölf und zwei davon hat sie mir nichts gesagt daran hat sie recht getan ich sage es dir damit du siehst daß du es nicht mit moralischer verworfenheit zu tun hast das mädchen ist im gegenteil außergewöhnlich gut veranlagt sie sagte sie sei bei einer tante aufgewachsen das war die frau der ich sie übergab sie war die beste schülerin die mütter stellten sie ihren kindern als vorbild hin sie besitzt pflichtgefühl es ist einzig und allein dein verzehen wenn du bis jetzt versäumt hast sie bei ihren besten seiten zu nehmen schwarz schluckzend o gott schön mit nachtdruck kein o gott an dem glück das du gekostet kann nichts etwas ändern geschehen ist geschehen du überschätzest dich gegen besseres wissen wenn du dir einredest zu verlieren es gilt zu gewinnen mit dem o gott ist nichts gewonnen einen größern freundschaftsdienst hab ich dir noch nicht erwiesen ich spreche offen und biete dir meine hilfe zeig dich dessen nicht unwürdig schwarz von jetzt an mehr und mehr in sich zusammenbrechend als ich sie kennen lernte sagte sie mir sie habe noch nie geliebt wenn eine witwe das sagt ihr gereicht es zur ehre daß sie dich zum manne gewählt stelle die nämliche anforderung an dich und dein glück ist makellos er habe sie kürze kleider tragen lassen er hat sie doch geheiratet das war ihr meisterstreich wie sie den mann dazu gebracht ist mir unfaßlich du mußt es jetzt ja wissen du genießt die früchte ihrer diplomatie woher kannte dr goll sie denn durch mich es war nach dem tode meine frau als ich die ersten beziehungen zu meiner gegenwärtigen verlobten anknüpfte sie stellte sich dazwischen sie hatte sich in den kopf gesetzt meine frau zu werden schwarz wie von einer entsetzlichen ahnung befallen und als ihr mann dann starb du hast eine halbe million geheiratet schwarz jammernd wär ich gelieb'n wo ich war wär ich hungers gestorben schön mit überlegenheit glaubst du denn ich mache keine zugeständnisse wer macht keine zugeständnisse du hast eine halbe million geheiratet du bist heute einer der ersten künstler dazu kommt man nicht ohne geld du bist nicht derjenige um über sie zu gericht zu sitzen bei einer herkunft wie sie million hat kannst du unmöglich mit den begriffen der bürgerlichen gesellschaft rechnen schwarz ganz wir von wem sprichst du denn ich spreche von ihrem vater du bist künstler sag ich deine ideale liegen auf einem andern gebiete als die eines lohnarbeiters ich verstehe von allen denn kein wort ich spreche von den menschenunwürdigen verhältnissen aus denen sich das mädchen dank seiner führung zu dem entwickelt hat was sie ist wer denn wer denn deine frau ich nannte sie mignon ich meinte sie hieße nelly so nannte sie dr goll ich nannte sie eva wie sie eigentlich hieß weiß ich nicht schwarz geistesabwesend sie weiß es vielleicht bei einem vater wie sie ihn hat ist sie ja bei allen fehlern das helle wunder ich verstehe dich nicht er ist im ehrenhause gestorben er war ja eben hier wer war da ihr vater hier bei mir er drückte sich als ich kam da stehen ja noch die gläser sie sagt er sei im ehrenhause gestorben schön ermutigend laß sie autorität fühlen sie verlangt nicht mehr als unbedingt gehorsam leisten zu dürfen bei dr goll war sie wie im himmel und mit dem war nichts zu scherzen schwarz kopfschüttelnd sie sagte sie habe noch nie geliebt aber mach mit dir selber den anfang raff dich zusammen geschworen hat sie du kannst kein pflichtgefühl fordern bevor du nicht deine eigene aufgabe kennst bei dem grabe ihrer mutter sie hat ihre mutter nicht gekannt geschweige das grab ihre mutter hat gar kein grab schwarz verzweifelt ich passe nicht hinein in die gesellschaft was hast du einen grauenhaften schmerz schön er hebt sich tritt zurück nach einer pause war sie dir weil sie dein ist der moment ist entscheidend sie kann morgen für dich verloren sein schwarz auf die brust deutend hier hier du hast eine halbe sich besinnend sie ist dir verloren wenn du den augenblick versäumst wenn ich weinen könnte schön legt ihm die hand auf die schulter dir ist elend schwarz sich erhebend anscheinend ruhig du hast recht ganz recht schön seine hand ergreifend wo willst du hin mit ihr sprechen recht so begleitet ihn zur türe rechts fünfter auftritt schön gleich darauf lulu schön zurückkommend das war ein stück arbeit nach einer pause nach links sehend er hatte sie doch vorher ins atelier gebracht fürchterliches stöhnen von rechts schön eilt an die tür rechts findet sie verschlossen mach auf mach auf lulu links aus der portiere tretend was ist mach auf lulu kommt die stufen herab das ist grauenvoll hast du kein beil in der küche er wird schon aufmachen ich mag sie nicht eintreten wenn er sich ausgeweint hat schön gegen die tür stampfend mach auf zu lulu hol mir ein beil zum arzt schicken du bist nicht bei trost das geschieht ihnen recht es läutet auf dem korridor schön und lulu starren einander an schön schleicht nach hinten bleibt in der tür stehen ich darf mich jetzt hier nicht ziehen lassen vielleicht der kunsthändler es läutet aber wenn wir nicht antworten lulu schleicht nach der tür schön hält sie auf bleib man ist sonst auch nicht immer gleich bei der hand geht auf den fußspitzen hinaus lulu kehrt zu der verschlossenen tür zurück und horcht sechster auftritt alva schön die vorigen später henriete schön alva hereinführend sei bitte ruhig alva sehr aufgeregt in paris ist revolution ausgebrochen sei ruhig alva zu lulu sie sind totenbleich schön an der tür rüttelnd walter walter man hört röcheln gott erbarm dich hast du kein beil geholt wenn eines da ist zögernd nach rechts hinten ab er mystifiziert uns in paris ist revolution ausgebrochen auf der redaktion rennen sie den kopf gegen die wand keiner weiß was er schreiben soll es läutet auf dem korridor schön gegen die tür stampfend walter soll ich sie einrennen das kann ich auch wer da noch kommen mag sich emporrichtend das freut sich des lebens und lässt es andere verantworten lulu kommt mit einem küchenbeil zurück henriete ist nach hause gekommen schließt die tür hinter dir geben sie her nimmt das beil und stößt es zwischen pfosten und turschloß du musst es kräftiger fassen es kracht schon die tür springt aus dem schloß er läßt das beil fallen und taumelt zurück pause lulu auf die tür deutend zu schön nach ihnen schön weicht zurück ihnen wird schwindelig schön wischt sich den schweiß von der sternumtritt ein alva auf der scheslung grässlich lulu sich am türpfosten haltend die finger zum mund erhoben schreit je auf oh oh eilt zu alva ich kann nicht hier bleiben grauenhaft lulu ihn bei der hand nehmend kommen sie wohin ich kann nicht allein sein mit alva nach links ab schön kommt von rechts zurück ein schlüsselbund in der hand die hand zeigt blut zieht die tür hinter sich zu geht zum schreibtisch schließt auf und schreibt zwei billets alva von links kommend sie zieht sich um sie ist fort auf ihr zimmer sie zieht sich um schön klingelt henriette tritt ein sie wissen wo der doktor bernstein wohnt gewiß herr doktor gleich nebenan schön ihr ein billet gebend bringen sie das hinüber im falle daß der herr doktor nicht zu hause ist er ist zu hause ihr das andere billet geben und das bringen sie auf die polizeidirektion nehmen sie eine droschke henriette ab ich bin gerichtet mir erstarrt das blut schön nach rechts der narr es ist ihm wohl ein licht aufgegangen er hat sich zu viel mit sich selbst beschäftigt lulu auf den stufen links in staubmantel und spitzenhut wo wollen sie denn jetzt hin hinaus ich sehe es an allen wänden wo hat er seine papiere im schreibtisch schön am schreibtisch wo rechts unten kniet vor dem schreibtisch nieder öffnet eine schublade und leert die papiere auf dem boden hier es ist nicht zu fürchten er hatte keine geheimnisse jetzt kann ich mich von der welt zurückziehen lulu kniend schreiben sie ein feuilleton nennen sie ihn michael angela was hilft das nach rechts deutend da liegt meine verlobung das ist der fluch deines spiels schrei es durch die straßen alva auf lulu deutend hättest du als meiner mutter starb an dem mädchen gehandelt wie es recht und billig gewesen wäre schön nach rechts da verblutet meine verlobung lulu sich erhebend ich bleibe nicht länger hier in einer stunde verkauft man die extra blätter ich darf mich nicht auf die straße wagen was können denn sie dafür deshalb gerade mich steinigt man dafür du mußt verreisen um den skandal freies feld zu lassen lulu an der chaise longue vor zehn minuten noch lag er hier das ist der dank für das was ich für ihn getan habe wirft mir in einer sekunde mein ganzes leben in trümmer mäßige dich bitte lulu auf der chaise longue wir sind unter uns und wie schön zu lulu was willst du der polizei sagen nichts er wollte seinem geschick nichts schuldig bleiben er hatte immer gleich mordgedanken er hatte was sich ein mensch nur erträumen kann er hat es teuer bezahlt er hatte was wir nicht haben schön je aufbrausend ich kenne keine gründe ich habe nicht ursache rücksicht auf dich zu nehmen wenn du alles in bewegung setzt um keine geschwister neben dir zu haben so ist das für mich ein grund mehr mir andere kinder zu erziehen du bist ein schlechter menschenkenner geben sie doch selber ein extra blatt aus schön im ton der heftigsten empörung er hatte kein moralisches gewissen indem er plötzlich seine fassung wieder gewinnt paris revolutioniert unsere redakteure sind wie vom schlag getroffen alles stockt das muß mir darüber hinweg helfen wenn nun nur die polizei käme die minuten sind nicht mit gold zu bezahlen es läutet auf dem korridor da sind sie schön will zur tür lulu aufspringend warten sie sie haben blut wo warten sie ich wische es weg besprengt ihr taschentuch mit heliotrop und wischt schön das blut von der hand es ist eines gattenbluts er läßt keine flecken ungeheuer sie heiraten mich ja doch es läutet auf dem korridor nur geduld kinder schön rechts hinten ab siebenter auftritt escherich die vorigen escherich von schön hereingeleitet atemlos erlauben sie daß ich daß ich mich ihnen ihnen vorstelle sie sind gelaufen escherich seine karte überreichend von der polizeidirektor her ein selbstmord höre ich schön liest fritz escherich korrespondent der kleinen neuigkeiten kommen sie einen moment nimmt notizbuch und bleistift vor sieht sich im salon um schreibt einige worte verbeugt sich gegen lulu schreibt wendet sich zu der erbrochenen tür schreibt ein küchenbeil will es aufheben schön ihn zurückhaltend bitte escherich schreibt tür aufgebrochen mit küchenbeil untersucht das schloss schön die hand an der tür sehen sie sich vor mein lieber wenn sie jetzt die liebenswürdigkeit haben wollen die tür zu öffnen schön öffnet die tür escherich lässt buch und bleistift fallen fährt sich in die haare o du barmherziger himmel noch mal sehen sie sich alles genau an ich kann nicht hinsehen schön ihn höhnisch anschnausend wozu sind sie denn hergekommen sich mit dem rasiermesser den hals abschneiden haben sie alles gesehen das muß ein gefühl sein schön zieht die tür zu tritt zum schreibtisch setzen sie sich hier ist papier und feder schreiben sie escherich der mechanisch platz genommen ich kann nicht schreiben schön hinter seinem stuhl stehend schreiben sie verfolgungswahn escherich schreibt verfolgungswahn es läutet auf dem korridor ende von acht zwei acht drei von erdgeist von frank wedekind dies ist eine liebe wachs aufnahme alle liebe wachs aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitzt weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei liebe wachs dritter aufzug garderobe im theater mit rotem tuch ausgeschlagen links hinten die tür rechts hinten eine spanische wand in der mitte mit der schmalseite gegen den zuschauer ein langer tisch auf dem tanzkostüme liegen rechts und links vom tisch je ein sessel links vorn tischchen mit sessel rechts vorn ein hoher spiegel daneben ein hoher sehr breiter altmodischer armsessel vor dem spiegel ein puff schminkschatulle usw 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 erster auftritt lulu alva gleicht darauf schön alva links vorn füllt zwei gläser mit champagne und rotwein seit ich für die bühne arbeite habe ich kein publikum so außer rand und band gesehen lulu unsichtbar hinter der spanischen warnt geben sie mir nicht zu viel rotwein sieht er mich heute mein vater ja ich weiß nicht ob er im theater ist er will mich wohl gar nicht sehen er hat so wenig zeit seine braut nimmt ihnen anspruch spekulationen er gönnt sich keine ruhe das schön eintritt du eben sprechen wir von dir ist er da du siehst dich um lulu über die spanische wand wegsehend zu schön sie schreiben in allen zeitungen ich sei die geistvollste tänzerin die je die bühne betreten ich sei eine zweite talioni und was weiß ich und sie finden mich nicht einmal geistvoll genug um sich davon zu überzeugen ich habe so viel zu schreiben du siehst daß ich recht hatte es waren kaum mehr plätze zu haben du mußt dich etwas mehr in proszenium halten ich muß mich erst an das licht gewöhnen sie hat sich strikte an ihre rolle gehalten schön zu alva du mußt deine darsteller besser ausnutzen du verstehst dich doch nicht genug auf die technik zu lulu als was kommst du jetzt alles blumenmädchen schön zu alva in trikots nein in fußfreiem kleid du hättest dich lieber nicht mit dem symbolismus einlassen sollen ich sehe der tänzerin auf die füße es kommt darauf an worauf das publikum sieht eine erscheinung wie sie hat eine symbolistischen hanswurstjaden gottlob nicht nötig das publikum sieht nicht danach aus als ob es sich langweilte natürlich weil ich in der presse seit sechs monaten auf ihren erfolg hingearbeitet habe war der prinz hier es war niemand hier wer wird eine tänzerin zwei akte hindurch in regenmelden auftreten lassen wer ist denn der prinz wir sehen uns noch bist du allein mit bekannten bei peters um zwölf um zwölf ab ich hatte schon daran verzweifelt daß er je kommen werde lassen sie sich durch seine grießgrämigen nörgeleien nicht beehren wenn sie nur ja darauf achten wollen daß sie ihre kräfte nicht vor beginn der letzten nummer vergeuden lulu tritt hinter der spanischen wand vor in antikem fußfreiem ärmellosem weißem kleid mit rotem saum einen bunten kranz im haar einen korb voll blumen in den händen er scheint es gar nicht gemerkt zu haben wie geschicht sie ihre darsteller ausnutzen ich werde doch im ersten akt nicht sonne mond und sterne verpaffen lulu das glas an den lippen sie enthüllen mich gradatin ich wusste doch dass sie sich darauf verstehen kostüme zu wechseln hätte ich meine blumen so vor dem alhambra café verkaufen wollen man hätte mich schon gleich in der ersten nacht hinter schloss und riegel gesetzt warum denn sie waren ein kind wissen sie noch wie ich zum ersten mal in ihr zimmer trat alva nickt sie trugen ein dunkelblaues kleid mit schwarzem sand man mußte mich verstecken und wußte nicht wo meine mutter lag damals schon seit zwei jahren auf dem krankenbett sie spielten theater und fragten mich ob ich mitspielen wolle gewiß wir spielten theater ich sehe sie noch wie sie die figuren hin und her schoben es war mir noch lange die entsetzlichste erinnerung wie ich mit einem mal klar in die verhältnisse sah da wurden sie eisig gemessen gegen mich ach gott ich sah etwas so unendlich hoch über mir stehendes in ihnen ich hegte vielleicht eine höhere verehrung für sie als für meine mutter denken sie als meine mutter starb ich war siebzehn jahre alt da trat ich vor meinen vater und forderte ihn auf daß er sie augenblicklich zu seiner frau mache sonst müßten wir uns duellieren das hat er mir damals erzählt seit ich älter bin kann ich ihn nur noch bemitleiden er wird mich nie begreifen da fantasiert er sich eine kleine diplomatie zusammen die mich dazu bestimmen soll seine verheiratung mit der kontesse entgegenzuarbeiten blickt sie denn immer noch so unschuldig in die welt hinaus sie liebt ihn das ist meine überzeugung ihre familie hat alles in bewegung gesetzt um sie zum rücktritt zu veranlassen ich glaube nicht daß ihr einopfer auf diese welt zu groß wäre um seinetwillen lulu hält ihm ihr glas hin noch etwas bitte alva ihr einschenkend sie trinken zu viel er soll an meinen erfolg glauben lernen er glaubt an keine kunst er glaubt nur an zeitungen er glaubt an nichts er hat mich ans theater gebracht damit sich eventuell jemand findet der reich genug ist um mich zu heiraten nonja was braucht uns das zu kümmern mich soll es freuen wenn ich mich in das herz eines millionärs hinein tanzen kann Gott verschüttet dass man sie uns entführt sie haben doch die musik dazu komponiert sie wissen dass es immer mein wunsch war ein stück für sie zu schreiben ich bin aber gar nicht für die bühne geschaffen sie sind als tänzerin auf die welt gekommen warum schreiben sie ihre stücke denn nicht wenigsten so interessant wie das leben ist weil uns das kein mensch glauben würde wenn ich mich nicht besser aufs theaterspielen verstände als man auf der bühne spielt was hätte aus mir werden wollen ich habe ihre rolle doch mit allen erdenklichen unmöglichkeiten ausgestattet mit solchem hokus pokus lockt man in der wirklichkeit noch keinen hund vom ofen mir ist es genug dass sich das publikum in die wahnsinnigste aufregung versetzt sieht ich möchte mich aber gern selbst in die wahnsinnigste aufregung versetzt sehen dazu scheint ihnen auch nicht viel mehr zu fehlen wie können sie sich darüber wundern da mein auftreten doch einen höheren zweck hat es gehen schon einige da unten ganz ernstlich mit sich zu rate ich will das ohne dass ich hinsehe wie fühlen sie denn das keiner ahnt was vom anderen jeder meint er sei allein das unglückliche opfer wie können sie denn das fühlen es läuft einem so ein eisiger schauer am körper herauf sie sind unglaublich eine elektrische klingel tönt über der tür mein tuch ich werde mich im proscenium halten alva ihr einen breiten schal über die schultern legend hier ist ihr tuch er soll nichts mehr für seine schamlose reklame zu fürchten haben fahren sie ihre selbstbeherrschung gebe gott dass ich einem den letzten funken verstand zum kopf hinaustanze ab zweiter auftritt alva allein über die ließe sich freilich ein interessanteres stück schreiben setzt sich links nimmt sein notizbuch vor und notiert aufblickend erster akt doktor goll schon faul ich kann den doktor goll aus dem fegerfeuer zitieren oder wo er seine orgien büßt man wird mich für seine sündin verantwortlich machen lang anhaltendes stark gedämpftes klatschen und bravo rufen wird von außen hörbar das tobt wie in der menagerie wenn das futter vor dem käfig erscheint zweiter akt walter schwarz noch unmöglicher wie die seelen die letzte hülle abstreifen im licht solcher blitzschläge dritter akt sollte es wirklich so fortgehen die garderobeere öffnet von außen und läßt esserni eintreten dritter auftritt esserni alva esserni tut als ob er zu haus wäre und nimmt ohne alva zu beachten recht neben dem spiegel platz alva links sitzend ohne auf esserni zu achten es kann im dritten akt nicht so fortgehen bis zur mitte des dritten aktes schien es heute nicht so gut zu gehen wie sonst ich war nicht auf der bühne jetzt ist sie wieder in vollem zug sie zieht die nummer in die länge ich hatte bei herrn doktor schön einmal das vergnügen der künstlerin zu begegnen mein vater hat sie durch einige besprechungen in seine zeitung beim publikum eingeführt esserni sich leicht verneigend ich konferierte mit herrn dr schön der herausgabe meiner forschungen am tanganjika see wegen alva sich leicht verneigend seine äußerungen lassen keinen zweifel darüber daß er das lebhafteste interesse an ihrem werk nimmt wohltuend berührt es an der künstlerin daß das publikum für sie gar nicht vorhanden ist das sich umkleiden hat sie schon als kind gelernt aber ich war überrascht eine so bedeutende tänzerin in ihr zu entdecken wenn sie ihr solo tanzt berauscht sie sich an ihrer eigenen schönheit in die sie selber zum sterben verliebt zu sein scheint da kommt sie er hebt sich öffnet die tür vierter auftritt lulu die vorigen lulu ohne kranz und blumenkorb zu alva sie werden herausgerufen ich war dreimal vor dem vorhang zu esserni herr dr schön ist nicht in ihrer loge in meiner loge nicht alva zu lulu haben sie ihn nicht gesehen er wird wieder fort sein er hat die letzte parkettloge links er scheint sich meines zu schämen er hat keinen guten platz mehr bekommen lulu zu alva fragen sie ihn doch ob ich ihm jetzt besser gefallen habe ich werde ihn heraufschicken er hat applaudiert hat er das wirklich gönnen sie sich etwas ruhe ab fünfter auftritt lulu esserni ich muss mich ja wieder umziehen aber ihre garderobiere ist ja nicht hier ich kann das rasch allein wo sagten sie dass dr schön sitzt ich sah ihn in der hintersten parkettloge links jetzt habe ich noch fünf kostüme vor mir dancing girl ballerina königin der nacht ariel und lasaris tritt hinter die spanische wand zurück würden sie es für möglich halten daß ich bei unserm ersten recontre nicht anders gewärtig war als mit einer jungen dame aus der literarischen welt bekannt zu werden setz sich rechts neben den mitteltisch wo er bis zum schluß der szene sitzen bleibt sollte ich mich in der beurteilung ihrer natur irren oder habe ich das lächeln das die dröhnenden beifallsstürme auf ihren lippen hervorrufen richtig gedeutet daß sie unter der notwendigkeit ihre kunst vor leuten von zweifelhaften interessen entwürdigen zu müssen innerlich leiden dalulu nicht antwortet daß sie den schimmer der öffentlichkeit jeden augenblick für ein ruhiges sonniges glück in vornehmer abgeschlossenheit eintauschen würden dalulu nicht antwortet daß sie hoheit und würde genug in sich fühlen einen mann zu ihren füßen zu fesseln um sich an seiner vollkommenen hilflosigkeit zu erfreuen dalulu nicht antwortet daß sie sich an einem würdigeren platz als hier in einer mit reichlichem komfort ausgestatteten villa fühlen würden bei unbegrenzten mitteln um durchaus als ihre eigene herrin zu leben lulu in kurzem hellem klisee unterrock und weißem atlas korsett schwarzen schuhen und strümpfen schellensporen unter den absätzen tritt hinter der spanischen wand vor mit dem schnüren ihres korsetts beschäftigt wenn ich nur einen abendmal nicht auftrete dann träume ich die ganze nacht hindurch daß ich tanze und fühle mich am folgenden tag wie geredet aber was könnte es ihn dabei ausmachen statt dieses pöbels nur einen zuschauer einen auserwählten vor sich zu sehen das könnte mir gleichgültig sein ich sehe ja doch niemanden ein erleuchteter gartensaal das flätschern vom see herauf ich bin auf meinen forschungsreisen nämlich zur ausübung eines ganz unmenschlichen despotismus gezwungen lulu vor dem spiegel sich eine perlenkette um den hals legend eine gute schule wenn ich mich jetzt danach sehne mich ohne irgendwelchen vorbehalt der gewalt einer frau zu überliefern so ist das ein natürliches bedürfnis nach abspannung können sie sich ein höheres lebensglück für eine frau denken als einen mann vollkommen in ihrer gewalt zu haben lulu mit den absätzen klärend o ja esserni verwirrt untergebildeten menschen finden sie nicht einen der ihnen gegenüber nicht den kopf verliert ihre wünsche erfüllt ihnen aber niemand ohne sie dabei zu hintergehen von einem mädchen wie sie betrogen zu werden muß noch zehnmal beglückender sein als von jemand anders aufrichtig geliebt zu werden sie sind in ihrem leben noch von keinem mädchen aufrichtig geliebt worden sich rücklings gegen ihn stellend auf ihr korsett deutend würden sie mir den knoten auflösen ich habe mich zu fest geschnürt ich bin immer so aufgeregt beim ankleiden esserni nach wiederholten besuch ich bedauere ich kann es nicht dann lassen sie vielleicht kann ich es geht nach rechts ich gestehe ein dass es mir an geschicklichkeit gebricht ich war vielleicht im verkehr mit frauen nicht gelehrig genug dazu haben sie in afrika wohl auch nicht viel gelegenheit lassen sie mich ihnen offen gestehen daß mir meine vereinsamung in der welt manche stunde verbittert gleich ist der knoten auf was mich zu ihnen hinzieht ist nicht ihr tanz es ist ihre körperliche und seelische vornehmheit wie sie sich in jeder ihrer bewegungen offenbart wer sich so sehr wie ich für kunstwerke interessiert kann sich darin nicht täuschen ich habe während zehn abenden ihr seelenleben aus ihrem tanze studiert bis ich heute als sie als blumenmädchen auftraten vollkommen mit mir ins klare kam sie sind eine groß angelegte natur uneigennützig sie können niemanden leiden sehen sie sind das verkörperte lebensglück als gattin werden sie einen mann über alles glücklich machen ihr ganzes wesen ist offenherzigkeit sie wären eine schlechte schauspielerin die elektrische klingel tönt über der tür lulu hat die schnüre ihres korsetts etwas gelockert holt tief atem mit den absätzen klirrend jetzt kann ich wieder atmen der vorhang geht auf sie nimmt vom mitteltisch ein kostüm plisse hellgelbe seide ohne teil am hals geschlossen bis zu den knöcheln reichend weite blusenärmel und wirft es sich über ich muß tanzen erhebt sich und küsst ihr die hand erlauben sie mir noch ein wenig hier zu bleiben bitte bleiben sie ich bedarf etwas der einsamkeit lulu ab sechster auftritt esserni allein was ist noblesse ist es verschobenheit wie bei mir oder ist es leibliche und geistige vervollkommnung wie bei diesem mädchen klatschen und bravo rufen wird hörbar wer mir den glauben an die menschen zurückgibt gibt mir mein leben zurück sollten kinder dieser frau nicht fürstlicher sein an leib und seele als kinder deren mutter nicht mehr lebensfähigkeit in sich hatte als ich bis heute in mir fühlte er setzt sich links vorn schwärmerisch der tanz hat ihren körper geadelt siebenter auftritt alva esserni man ist keinen moment sicher daß nicht ein armseliger zufall der vorstellung den garaus macht er werft sich rechts neben dem spiegel in den armsessel so daß die beiden herren gerade umgekehrt wie vorher placiert sind beide führen die unterhaltung etwas blasiert und apathisch so dankbar hat sich das publikum aber noch nie gezeigt sie hat den skatearts beendet ich höre sie kommen sie kommt nicht sie hat keine zeit sie wechselt das kostüm hinter der kulisse sie hat zwei ballerina kostüme wenn ich nicht irre ich finde daß ihr das weiße besser steht als das in rosa finden sie sie nicht ich finde sie sieht in dem weißen tüll zu körperlos aus ich finde sie sieht in dem rosa tüll zu animalisch aus ich finde das nicht der weiße tüll bringt mehr das kindliche ihrer natur zum ausdruck der rosa tüll bringt mehr das weibliche ihrer natur zum ausdruck die elektrische klingel tönt über der tür alva aufspringend um gottes willen was ist da los esserni sich gleichfalls erhebend was ist mit ihnen die elektrische klingel tönt fort bis zum schlusse der szene da ist was passiert wie können sie gleich so erschrecken das muß eine höllische verwirrung sein alva ab esserni folgt ihm die tür bleibt offen man hört gedämpfte walzerklänge pause achter auftritt lulu in langem theatermantel tritt ein und zieht die tür hinter sich zu sie trägt ein großer ballettkostüm mit blumengirlanden geht quer über die bühne und nimmt in dem armsessel neben dem spiegel platz pause neunter auftritt alva lulu gleich darauf schön sie hatten einen ohnmachtsanfall ich bitte sie schließen sie zu kommen sie wenigstens auf die bühne haben sie ihn gesehen wie ihn gesehen mit seiner braut mit seiner zu schön der eintritt den scherz hättest du dir sparen können was ist mit ihr zu lulu wie kannst du die szene gegen mich ausspielen ich fühle mich wie geprügelt schön nachdem er die tür verriegelt du wirst tanzen so war ich mir die verantwortung für dich aufgeladen vor ihre braut hast du ein recht dich darum zu kümmern vor wem du bist hier eingeschiert du erhältst deine gage ist das ihre sache du tanzt vor jedem der seine billet löst mit wem ich in meiner loge sitze hat keine beziehung zu deiner tätigkeit wärest du in deiner loge sitzen geblieben zu lulu sagen sie mir bitte was ich tun soll von außen wird gepocht da ist der direktor ruft gleich gleich einen augenblick zu lulu sie werden uns nicht zwingen wollen die vorstellung abzubrechen schön zu lulu auf die bühne mit dir lassen sie mir nur einen augenblick ich kann jetzt nicht mir ist sterbenseelend holte henke den ganzen kulissenkram schalten sie die nächste nummer ein das merkt kein mensch ob ich jetzt tanze oder in fünf minuten ich habe keine kraft in den füßen aber dann tanzen sie so gut ich kann so schlecht sie wollen da von außen gepocht wird ich komme ab 10. auftritt schön lulu sie haben recht dass sie mir zeigen wo ich hingehöre das konnten sie nicht besser als wenn sie mich vor ihrer braut den skitdanz tanzen lassen sie tun mir den größten gefallen wenn sie mich darauf hinweisen was meine stellung ist schön höhnisch bei deiner herkunft ist es ein glück sondergleichem für dich daß du noch gelegenheit hast vor anständigen leuten aufzutreten auch wenn sie über meine schamlosigkeit nicht wissen wohin sehen albernes geschwätz schamlosigkeit mach aus der tugend keine not deine schamlosigkeit ist das was man dir für jeden schritt mit gold aufwiegt der eine schreibt bravo der andere schreibt feu das heißt für dich das gleiche kannst du dir einen glänzenderen triumph wünschen als wenn sich ein anständiges mädchen kaum in der loge zurückhalten läßt hat dein leben denn ein anderes ziel solang du noch einen funken achtung vor dir selber hast bist du keine perfekte tänzerin je fürchterlicher es den menschen vor dir graut um so größer stehst du in deinem beruf da es ist mir ja auch vollkommen gleichgültig was man von mir denkt ich möchte um alles nicht besser sein als ich bin mir ist voll dabei schön in moralischer empörung das ist eine wahre natur das nenn ich aufrichtig eine korruption ich wüßte nicht daß ich je einen funken achtung vor mir gehabt hätte schön wird plötzlich misstrauisch keine harlekinaden oh gott ich weiß sehr wohl was aus mir geworden wäre wenn sie mich nicht davor bewahrt hätten bist du denn heute vielleicht etwas anderes gott sei dank nein das ist echt lulu lacht und wie überglücklich ich dabei bin schön spucht aus wirst du jetzt tanzen wie und vor wem es ist also dann auf die bühne lulu kindlich bittend nur eine minute noch ich bitte sie ich kann mich noch nicht aufrecht halten man wird klingeln du bist dazu geworden trotz allem was ich für deine erziehung und dein wohl geopfert habe lulu ironisch sie hatten ihren vereintelten einfluss überschätzt verschode mich mit deinen witzen der prinz war hier so er nimmt mich mit nach afrika nach afrika warum denn nicht sie haben mich ja zu tänzern gemacht damit einer kommt und mich mitnimmt aber doch nicht nach afrika warum haben sie mich denn nicht ruhig in ohnmacht fallen lassen und im stillen dem himmel dafür gedankt weil ich leider keinen grund hatte ein deiner ohnmacht zu glauben lulu spürtisch sie hielten es unten nicht aus weil ich dir zum bewusstsein bringen muss was du bist und zu wem du nicht aufzublicken hast sie fürchteten meine glieder könnten doch vielleicht ernstlich schaden genommen haben ich weiß zu gut dass du unverwüstlich bist das wissen sie also doch schön aufbrausend sehen sie mich nicht so unverschämt an es hält sie niemand hier ich gehe sobald es klingelt sobald sie die energie dazu haben wo ist ihre energie sie sind seit drei jahren verlobt warum heiraten sie nicht sie kennen keine hindernisse warum wollen sie mir die schuld geben sie haben mir befallen dr gold zu heiraten ich habe dr gold gezwungen mich zu heiraten sie haben mir befallen den maler zu heiraten ich habe gute miene zum bösen spiel gemacht sie kreieren künstler sie protegieren prinzen warum heiraten sie nicht schön wütend glaubst du denn vielleicht dass du mir im weg stehst lulu von jetzt an bis zum schluss triumphierend wüssten sie wie ihre wut mich glücklich macht wie stolz ich darauf bin dass sie mich mit allen mitteln demütigen sie erniedrigen mich so tief so tief wie man ein weib erniedrigen kann weil sie hoffen sie könnten sich dann eher über mich hinweg setzen aber sie haben sich selber unsäglich wehgetan durch alles was sie mir eben sagten ich sehe es ihnen an sie sind schon beinahe am ende ihrer fassung gehen sie um ihre schuldlosen braut willen lassen sie mich allein eine minute noch dann schlägt ihre stimmung um und sie machen mir eine andere szene die sie jetzt nicht beantworten können ich fürchte dich nicht mehr mich fürchten sie sich selber ich bedarf ihrer nicht ich bitte sie gehen sie geben sie nicht mehr die schuld sie wissen dass ich nicht ohnmächtig zu werden brauchte um ihre zukunft zu zerstören sie haben ein unbegrenztes vertrauen in meine ehrenhaftigkeit sie glauben nicht nur dass ich ein bestrickendes menschenkind bin sie glauben auch dass ich ein herzensgutes geschöpf bin ich bin weder das eine noch das andere das unglück für sie ist nur dass sie mich dafür halten schön verzweifelt laß meine gedanken gehen du hast zwei männer unter der erde nimm den prinzen tanz ihn in grund und boden ich bin fertig mit dir ich weiß wo der engel bei dir zu ende ist und der teufel beginnt wenn ich die welt nehme wie sie geschaffen ist so trägt der schöpfer die verantwortung nicht ich mir ist das leben keine belustigung dafür stellen sie auch ansprüche an das leben wie sie höher niemand stellen kann sagen sie mir wer von uns beiden ist wohl anspruchsvoller sie oder ich schweig ich weiß nicht wie und was ich denke wenn ich dich höre denk ich nicht mehr in acht tagen bin ich verheiratet ich beschwöre dich bei dem engel der in dir ist komm mir derweil nicht mehr zu gesicht ich will meine türe verschließen prahl noch mit dir ich habe gott ist mein zeuge seit ich mit der welt und dem leben ringe noch niemanden so geflucht das kommt von meiner niederen herkunft von deiner verworfenheit mit tausend freunden nehme ich die schuld auf mich sie müssen sich jetzt reinfüllen sie müssen sich jetzt für den sittenstrengen mustermenschen für den tugendbold von unerschütterlichen grundsätzen halten sonst können sie das kind in seiner bodenlosen unerfahrenheit gar nicht heiraten willst du dass ich mich an dir vergreife lulu rasch ja ja was muss ich sagen damit sie es tun um kein königreich möchte ich jetzt mit dem unschuldigen kinde tauschen dabei liebt das mädchen sie wie noch kein weib sie je geliebt hat schweig beste schweig heiraten sie sie dann tanzen sie in ihrem kündlichen jammer vor meinen augen statt ich vor ihr schön hebt die faust verzeih mir gott schlagen sie mich wo haben sie ihre reitpeitsche schlagen sie mich an die beine schön greift sich an die schläfen fort fort stürzt zur türe besinnt sich wendet sich um kann ich jetzt so vor das kind hintreten nach hause wenn ich zur welt hinaus könnte seien sie doch ein mann blicken sie sich einmal ins gesicht sie haben keine spur von gewissen sie schrecken vor keine schandtat zurück sie wollen das mädchen das sie liebt mit der größten kaltblütigkeit unglücklich machen sie erroben die halbe welt sie tun was sie wollen und sie wissen so gut wie ich das schön ist völlig erschöpft auf den sessel links neben dem mitteltisch zusammengesunken schweig daß sie zu schwach sind um sich von mir loszureißen schön stöhnend oh du tust mir weh mir tut dieser augenblick wohl ich kann nicht sagen wie mein alter meine welt er weint wie ein kind der furchtbare gewaltmensch jetzt gehen sie so zu ihrer braut und erzählen sie ihr was ich für eine seele von einem mädchen bin keine spur eifersüchtig schön schluchzend das kind das schuldlose kind wie kann der eingefleischte teufel plötzlich so weich werden jetzt gehen sie aber bitte jetzt sind sie nichts mehr für mich ich kann nicht zu ihr hinaus mit ihnen kommen sie zu mir zurück wenn sie wieder zu kräften gelangt sind sag mir um gottes willen was ich tun soll lulu erhebt sich ihr mantel bleibt auf dem sessel auf dem mitteltisch die kostüme beiseite schiebend hier ist briefpapier ich kann nicht schreiben lulu aufrecht hinter ihm stehend auf die lehne seines sessels gestützt schreiben sie sehr geehrtes fräulein schön zögernd ich nenne sie adelheit lulu mit nachdruck sehr geehrtes fräulein schön schreibend mein todesurteil nehmen sie ihr wort zurück ich kann es mit meinem gewissen da schön die feder absetzt und ihr einen flehentlichen blick zuwirft schreiben sie gewissen nicht vereinbaren sie an mein unseliges los zu fesseln schön schreibend du hast recht du hast recht ich gebe ihnen mein wort daß ich ihre liebe da sich schön wieder zurückwendet schreiben sie liebe unwürdig bin diese zeilen sind ihnen der beweis seit drei jahren versuch ich mich loszureißen ich habe die kraft nicht ich schreibe ihnen an der seite der frau die mich beherrscht vergessen sie mich dr ludwig schön schön aufächsend o gott lulu halb erschrocken ja kein o gott mit nachtdruck dr ludwig schön poststriptum versuchen sie nicht mich zu retten schön nachdem er zu ende geschrieben in sich zusammenbrechend jetzt kommt die hinrichtung vierter aufzug prachtvoller saal in deutscher renaissance mit schwerem plafond in geschnitztem eichenholz die wände bis zur halben höher in dunklen holz skulpturen darüber an beiden seiten verblasste gobelins nach hinten oben ist der saal durch eine verhängte galerie abgeschlossen von der links eine monumentale treppe bis zur halben tiefe der bühne herabführt in der mitte unter der galerie die eingangstür mit gewundenen säulen und frontierspitz an der rechten seiten wand ein geräumiger hoher kamin weiter vorn ein balkonfenster mit geschlossenem schweren gardinen an der linken seiten wand vor dem streppenfusse eine geschlossene portiere in genueser samt vor dem kamin steht als schirm eine chinesische klappwand vor dem fußpfeiler des freien treppengeländers auf einer dekorativen staffelei lulus bild als pierrot in antiquisiertem goldrahmen links vorn eine breite ottomane rechts davor ein fauteuil in der mitte des saales ein vierkantiger tisch mit schwerer decke um den drei hochlinige polstersessel stehen auf dem tisch steht ein weißes bouquet erster auftritt schön lulu greffen geschwätz geschwätz auf der ottomane in pelz besetzter husarenteil hohe stehkragen riesige manschettenknöpfe schleier vor dem gesicht die hände krampfhaft im muff zu lulu sie glauben nicht wie ich mich darauf freue sie auf unserem künstlerinnenball zu sehen schön links vorn sollte denn für unsere reinen gar keine möglichkeit bestehen sich einzuschmuggeln es wäre hochverrat wenn jemand von uns einer solchen intrige vorschub leistete schön geht hinter der ottomane durch zum mitteltisch die prachtvollen blumen lulu im fauteuil in großblumigem morgenkleid das haar in schlichtem knoten in goldener spange die hat mir fräulein von geschwätz gebracht oh bitte sie werden sich doch jedenfalls als herr kostümieren glauben sie denn daß mich das kleidet geschwätz auf das bill deutend hier sind sie wie ein märchen mein mann mag es nicht ist es von einem hiesigen sie werden ihn kaum gekannt haben er lebt nicht mehr schön rechts vorn mit tiefer stimme er hatte genug du bist verstimmt schön beherrscht sich geschwätz sich erhebend ich muß gehen frau doktor ich kann nicht länger bleiben wir haben heute abend akt zeichnen und ich habe nur so viel für den ball vorzubereiten grüßend herr doktor von lulu geleitet durch die mitte ab zweiter auftritt schön allein sich umsehend der reine augiasstall das mein lebensabend man soll mir einen winkel zeigen der noch rein ist die pest im haus der ärmste tagelöhner hat sein sauberes nest dreißig jahre arbeit und das mein familienkreiz der kreiz der meinen sich umsehend gott weiß wer mich jetzt wieder belauscht zieht einen revolver aus der brusttasche man ist ja seines lebens nicht sicher er geht den gespannten revolver in der rechten haltend nach rechts und spricht an die geschlossenen fenstergardine hin das mein familienkreis der kerl hat noch mut soll ich mich denn nicht lieber selber vor den kopf schießen gegen todfeinde kämpft man aber der er schlägt die gardine in die höhe da er niemand dahinter versteckt findet der schmutz der schmutz er schüttelt den kopf und geht nach links hinüber der irrsinn hat sich meiner vernunft schon bemächtigt oder ausnahmen bestätigen die regel er steckt da er lulu kommen hört den revolver ein dritter auftritt lulu schön beide links vorn könntest du dich für heute nachmittag nicht frei machen was wollte diese gräfin eigentlich ich weiß nicht sie will mich malen das unglück in menschengestalt das einem seine aufwartung macht könntest du dich denn nicht frei machen ich würde so gerne mit dir durch die anlagen fahren gerade der tag an dem ich auf der börse sein muss du weißt dass ich heute nicht frei bin meine ganze habe treibt auf den wellen lieber wollte ich schon beerdigt sein als mir mein ganzes leben so durch meine habe verbitten lassen wem das leben leicht wird dem fällt das sterben nicht schwer als kind hatte ich auch immer die entsetzlichste angst vor dem tod deswegen habe ich dich ja geheiratet lulu an seinem hals du bist schlecht gelaunt du machst dir zu viel sorgen seit wochen und monate habe ich nichts mehr von dir schön ihr haar streichelt dein frohsinn sollte meine alten tage erheitern du hast mich ja gar nicht geheiratet wen hätte ich denn sonst geheiratet ich habe dich geheiratet was ändert denn das daran ich fürchtete immer es werde vieles ändern es hat auch viel unter die füße gestampft nur gottlob eines nicht darauf wär ich begierig deine liebe zu mir zucht mit dem gesicht winkt ihr voranzugehen beide nach links vorn ab vierter auftritt griffen geschwitz öffnet vorsichtig die mitteltür wagt sich nach vorn und lauscht schreckt zusammen da stimmen auf der galerie laut werden oh gott da ist jemand versteckt sich hinter dem kaminschirm fünfter auftritt schigolch rodrigo hugenberg schigolch tritt über der treppe aus den gardinen wendet sich zurück der junge hat sein herz wohl im kaffee nachlich zurück gelassen rodrigo zwischen den gardinen er ist noch zu klein für die große welt und kann noch nicht so weit zu fuß gehen verschwindet schigolch kommt die treppe herunter gott sei dank daß wir endlich wieder zu hause sind welches stinkwetter wohl wieder die treppe gewischt hat wenn ich mir meine knochen vor der heimrufung noch mal in gips gießen lassen muß dann kann sie mich zwischen den palmenherd ihren relationen als meritsche venus vorstellen nichts als klippen nichts als fallstricke rodrigo kommt hugenberg auf den armen tragend die treppe herunter das hat einen königlichen polizeidirektor zum vater und nicht so viel courage im leib wie der abgerissenste landstreicher wenn es auf nichts als auf tod und leben ginge dann solltet ihr mich kennenlernen das brüderchen wiegt samt seinem liebeskummer nicht mehr als sechzig kilo darauf will ich mich jede minute hängen lassen wirf ihn an den plafond hinauf und fang ihn mit den fußen auf des peitscht ihm sein junges bluch gleich von vornherein in die richtige wallung hugenberg mit den beinen strampelnd oje oje ich werde von der schule gejagt rodrigo ihn am treppenfuß niedersetzend du bist noch auf gar keiner vernünftigen schule gewesen hier hat sich schon manche die ersten sporen verdient nur ja keine schüchternheit zuerst werde ich uig einen schopfen vorsetzen wie er für geld nirgen zu haben ist er öffnet ein schränken unter der treppe wenn sie jetzt aber nicht unverzüglich angetanzt kommt dann verhaue ich euch beide daß ihr euch noch im jenseits dem buckel reibt rodrigo hat sich rechts an den tisch gesetzt den stärksten mann der welt will das brüderchen verhauen zu hugenberg laß dir von mutterchen erst lange hosen anziehen hugenberg sich links an den tisch setzend ich wünschte lieber du bocktest mir deinen schnurrbart willst du vielleicht daß sie dich gleich zur tür hinauswirft zum henker noch mal wenn ich nur schon wüßte was ich ihr sagen soll das weiß ich schon selber am besten schigolch setzt zwei flaschen und drei gläser auf den tisch die einer habe ich gestern schon angebrochen erfüllt die gläser rodrigo hugenbergs glas schätzend gib ihm nicht zu viel sonst müssen wir beide es ausbaden schigolch sich mit beiden händen auf die tischplatte stützend rauchen die herren hugenberg sein zigarettenetui öffnend da sind habanner im porten rodrigo sich bedienend von papa polizeidirektor schigolch sich setzend ich habe alles im hause brauch nur zu befehlen ich habe ihr gestern ein gedicht gemacht was hast du ihr gemacht was hat er ihr gemacht ein gedicht rodrigo zu schigolch ein gedicht einen taler hat er mir versprochen wenn ich auskundschafte wo er mit ihr allein zusammen treffen kann wer wohnt denn eigentlich hier hier wohnen wir sur fix jeden bürschentag zum wohl sie stoßen an soll ich es ihr vielleicht zuerst vorlesen schigolch zu rodrigo was meint er sein gedicht er will sie gerne zuerst ein wenig auf die folter spannen schigolch hugenberg fixierend die augen die augen die augen ja die haben sie seit acht tagen um ihren schlaf gebracht schigolch zu rodrigo du kannst dich einpökeln lassen wir beide können uns einpökeln lassen zum wohl gevattertod schigolch anstoßend zum wohl spring fritze wenn es später noch besser kommt dann bin ich jeden augenblick zum aufbruch bereit aber aber sechster auftritt lulu die vorigen später ferdinand lulu von links in eleganter pariser balltoilette weit dekolletiert mit blumen vor der brust und dem haar aber kinder kinder ich erwarte besuch aber das kann ich euch sagen die müssen es sich da drüben was kosten lassen hugenberg hat sich erhoben lulu sich auf die armlehne seines sessels setzend sie sind in eine nette gesellschaft geraten ich erwarte besuch kinder da muss ich mir wohl auch was verstecken sucht in dem bukett das auf dem tische steht sehe ich gut aus was sind das was du da vorhast sich mit der brust über hugenberg neigend riechen sie sie erwarten wohl den prinzen echer nie lulu schüttelt den kopf gott bewahre also wieder jemand anders der prinz ist verreist sein königreich auf auktion bringen er kundschaftet eine frische völkerschaft in der gegend von afrika aus er hebt sich eilt die treppe hinauf und tritt in die galerie ein rodrigo zu schigolch er hat sie nämlich ursprünglich heiraten wollen schigolch sich eine lili versteckend ich habe sie ursprünglich auch heiraten wollen du hast sie ursprünglich heiraten wollen hast du sie nicht auch ursprünglich heiraten wollen jawohl habe ich sie ursprünglich heiraten wollen wer hat sie nicht ursprünglich heiraten wollen so gut hätt ich's nie gekriegt sie hätt ich's keinen breuen lassen daß er sie nicht geheiratet hat sie ist also nicht dein kind füllt er nicht ein wie heißt denn ihr vater sie hätt mit mir renommiert wie heißt denn ihr vater was meint er wie ihr vater heißt sie hat nie einen gehabt lulu kommt von der galerie herunter und setzt sich wieder zu hugenberg auf die armlehne was habe ich nie gehabt einen vater ja gewiß ich bin ein wunderkind zu hugenberg wie sind sie denn mit ihrem vater zufrieden er raucht wenigstens eine anständige zigarre der herr polizeidirektor hast du oben so geschlossen da ist der schlüssel jedes den lebe stecken lassen warum denn damit man von außen nicht aufschließen kann ist er denn nicht auf der börse oh doch aber er leidet an verfolgungswahn ich nehme ihn auf die füße und jupp dass er oben an der decke kleben bleibt sie jagt er mit einem viertel seitenblick durch ein mausloch was jagt er wen jagt er seinen arm entblößend sehen sie sich bitte den bizeps an zeigen sie geht nach rechts rodrigo sich auf den arm schlagend granit schmiedeeisen lulu befüllt abwechslend rodrigos oberarm und ihren eigenen wenn sie nur nicht so lange ohren hätten ferdinand durch die mitte eintretend herr doktor schön rodrigo auf springend der lumpenkerl will hinter der kaminschirm fährt zurück gott behüte einen versteckt sich rechts vorn hinter den gardinen gib mir den schlüssel herr nimmt lulu den schlüssel ab und schleppt sich die treppe zur galerie hinauf hugenberg ist vom sessel unter den tisch geglitten ich lasse bitten ferdinand ab hugenberg lauscht vorn unter dem saum der tischdecke vor für sich er bleibt hoffentlich nicht dann sind wir allein lulu berührt ihn mit der fußspitze hugenberg verschwindet siebenter auftritt die vorigen alva ferdinand läßt alva eintreten ab die martini wird wie ich mir denke bei brennenden lampen stattfinden ich habe schigolch bemerkend der sich mühsam die treppe hinauf schleppt was ist denn das ein alter freund deines vaters mir völlig unbekannt sie haben den feldzug zusammen mitgemacht es geht ihm entsetzlich ist denn mein vater hier er hat ein glas mit ihm getrunken er musste auf die börse wir dejeunieren aber doch vorher wann geht es denn an nach zwei da alva schigolch mit dem blick folgt wie findest du mich schigolch über die galerie ab sollte ich dir das nicht lieber verschweigen ich meine ja nur die toilette deine schneiderin kennt dich offenbar besser als ich mir erlauben darf dich zu kennen als ich mich im spiegel sah hätte ich mein mann sein wollen sich unterbrechend mein mann du scheinst deinen mann um das glück zu beneiden das du ihm bietest lulu links alva rechts vom mitteltisch er betrachtet sie mit scheuem wohlgefallen ferdinand durch die mitte mit service decht den tisch und legt zwei couverts auf flasche haben sie zahnschmerzen lulu zu alva hinüber nicht herr doktor er scheint mir heute so weinerlich ferdinand durch die zähne man ist auch nur ein mensch ab beide setzen sich zu tisch was ich immer am höchsten an dir schätzte ist dein charakter festigkeit du bist deiner so vollkommen sicher wenn du auch fürchten mußtest dich deshalb mit deinem vater zu überwerfen du bist trotzdem immer wie ein bruder für mich eingetreten lassen wir das es ist nun einmal mein los will vorn die tischdecke heben lulu rasch das war ich nicht möglich es ist nun einmal mein los bei den leichtsinnigsten gedanken immer das allerbeste zu erzielen du redest dir etwas ein wenn du dich vor dir selber schlecht machst warum schmeichelst du mir so es ist wahr es lebt vielleicht kein so schlechter mensch wie ich der so viel gutes zu wege gebracht hätte auf jeden fall bist du der einzige mann auf dieser welt der mich beschützt hat ohne mich vor mir selbst zu erniedrigen hättest du das für so leicht achter auftritt schön die vorigen schön erscheint auf der galerie zwischen den beiden mittleren säulen indem er vorsichtig den vorhang teilt über die bühne wegsprechend mein eigner sohn mit deinen gottesgaben macht man seine umgebung zu verbrechen ohne sichs träumen zu lassen ich bin auch nur fleisch und blut und wenn wir nicht wie geschwister nebeneinander aufgewachsen wären deshalb gebe ich mich auch nur dir allein ganz ohne rückhalt von dir habe ich nichts zu fürchten ich versichere dir es gibt augenblicke wo man gewärtig ist sein ganzes innerer einstürzen zu sehen je mehr selbst die überwindung ein mann sich aufbürdet umso leichter bricht er zusammen darüber hilft nichts hinweg als er will unter den tisch sehen lulu rasch was suchst du denn ich beschwere dich lass mich mein glaubensbekenntnis für mich behalten als unantastbares heiligtum warst du mir mehr als du in deinem leben mit all deinen gaben irgend sonst jemandem sein konntest wie denkst du darin doch so ganz anders als dein vater ferdinand kommt durch die mitte wechselt die teller und serviert brathähnchen mit salat alva zu ferdinand sind sie krank lulu zu alva lass ihn doch er zittert wie im fieber ich bin das servieren noch nicht so gewohnt sie müssen sich was verschreiben lassen ferdinand durch die zähne ich kutschiere gewöhnlich ab schön auf der galerie über die bühne weg sprechend der also auch nimmt hinter der brüstung platz sich nach erfordernis mit dem vorhang deckend was sind das für augenblicke von denen du sprachst wo man gewärtig ist sein ganzes innere zusammenstürzen zu sehen ich wollte nicht davon sprechen ich möchte nicht gern über einem glas champagner verscherzen was mir während zehn jahren mein höchstes lebensglück gewesen ich habe dir weh getan ich will nicht wieder davon anfangen versprichst du mir das für immer meine hand darauf reicht ihm ihre hand über den tisch alva ergreift sie zögernd presst sie in der seinigen drückt sie lang und innig an seine lippen was tust du rodrigo steckt rechts den kopf aus den gardinen lulu wirft ihm über alva hinweg einen wütenden blick zu rodrigo zieht sich zurück schön auf der galerie aber die bühne weg sprechend und da ist noch einer alva ihre hand haltend eine seele die sich im jenseits den schlaf aus den augen reibt o dieser hand lulu harmlos was findest du daran ein arm was findest du daran einen körper lulu unschuldigt was findest du daran alva erregt mignon lulu völlig verständnislos was findest du daran alva leidenschaftlich mignon mignon lulu wirft sich auf die ottomane sieh mich nicht so an um gottes willen lass uns lieber gehen ehe es zu spät ist du bist ein verworfener mensch ich sagte dir ja ich bin der niederträchtigste schurke das sehe ich ich habe kein ehrgefühl keinen stolz du hältst mich für deinesgleichen du du stehst so himmelhoch über mir wie wie die sonne über dem abgrund kniend richte mich zugrunde ich bitte dich mach ein ende mit mir mach ein ende mit mir liebst du mich denn ich bezahle dich mit allem was mein war liebst du mich liebst du mich mignon ich keine seele ich liebe dich bergt seinen kopf in ihrem schoß lulu beide hände in seinen locken ich habe deine mutter vergiftet rodrigo steckt rechts den kopf aus den gardinen sieht schön auf der galerie sitzen und macht ihn durch zeichen auf lulu und alva aufmerksam schön richtet seinen revolver gegen rodrigo rodrigo bedeutet ihn den revolver auf alva zu richten schön spannt den revolver und zielt auf rodrigo rodrigo fährt hinter die gardinen zurück lulu sieht rodrigo zurückfahren sieht schön auf der galerie sitzen erhebt sich sein vater schön erhebt sich lässt den vorhang vor sich nieder alva bleibt regungslos auf den knien pause schön eine zeitung in der hand nimmt alva bei der schulter alva erhebt sich wie schlaftrunken in paris ist revolution ausgebrochen nach paris laß mich nach paris auf der redaktion rennen sie sich den kopf gegen die wand keiner weiß was er schreiben soll entfaltet das zeitungsblatt geleitet alva durch die mitte hinaus rodrigo stürzt rechts aus den gardinen wählt die treppe hinan lulu vertritt ihm den weg sie können hier nicht hinaus lassen sie mich durch sie rennen ihm in die arme er jagt mir sein pistol durch den kopf er kommt rodrigo zurücktaumelnd himmel tod und wolkenbruch hebt die tischdecke kein platz verdammt und zugenäht sieht sich um verbirgt sich links hinter der portiere schön durch die mitte verschließt die tür geht den revolver in hand auf das fenster rechts vor und zu schlägt die gardine in die höhe wo ist denn der hin lulu auf den untersten treppenstufen hinaus über den balkon hinunter er ist kunstturner das war nicht vorauszusehen sich gegen lulu wendend du kreatur die mich durch den straßenkot zum martertode schleift warum hast du mich nicht besser erzogen du wührengel du unabwendbares verhängnis mörder werden oder im schmutz ertrinken mich einschiffen wie ein entlassener sträfling oder mich über den morast aufhängen du freude meines alters du henkerstrick lulu kaltblütig schweig doch und bring mich um ich habe dir hab und gut verschrieben und nichts gefordert als die achtung die meinem haus jeder dienstbote sollt dein kredit ist erschöpft ich kann noch auf jahre für meine rechnung einstehen von der treppe nach vorn kommt wie gefällt dir mein neues kleid weg mit dir sonst schlägt's mir morgen über den kopf und mein sohn schwind in seinem blute du haftest mir als unheilbare seuche an an der ich bis in mein grab meine lebenszüge verrechzen soll ich will mich heilen begreifst du mich ihr den revolver aufdrängend das ist dein spezifikum brich nicht in die knie du sollst es dir selbst applizieren du oder ich wir messen uns lulu hat sich da die kräfte sich zu verlassen drohen auf den divan niedergelassen den revolver hin und her drehend das geht ja nicht los weißt du noch wie ich dich der korrektionspolizei aus den krallen riß du hast viel zutrauen weil ich eine dirne nicht fürchte soll ich dir die hand führen hast du selbst kein erbarmen mit dir da lulu den revolver gegen ihn richtet keinen blinden lärm lulu knallt einen schuss gegen den plafond rodrigo springt aus der portiere die treppe hinauf über die galerie ab was war das lulu harmlos nichts schön die portiere hebend was kam da heraus geflattert du leidest an verfolgungswahn hältst du noch mehr männer hier versteckt ihr den revolver entreißend ist sonst noch ein mann bei dir zu besuch nach rechts gehend ich will deine männer regulieren schlägt die fenstergardinen in die höhe wirft den kaminschirm zurück packt die geschwitzt am kragen und schleppt sie nach vorn kommen sie durch den rauchfang herunter in todesangst zu lulu retten sie mich vor ihm schön sie schüttelnd oder sind sie auch kunstturner geschwitzt wimmernd sie tun mir weh schön sie schüttelnd jetzt müssen sie notwendig noch zum diener bleiben schleppt sie nach links stößt sie ins nebensimmer verschließt die tür hinter ihr wir wollen kein ausrufer setzt sich neben lulu drängt er den revolver auf es ist noch genug für dich drin zieh mich an ich kann in meinem haus meinem kutscher nicht helfen mir die stirn zu verzieren zieh mich an ich bezahle meinen kutscher zieh mich an vergönne ich meinem kutscher was wenn ich den infamen stallgeruch nicht verschnupfen kann laß anspannen bitte wir fahren in die au pair wir fahren zum teufel jetzt kutschiere ich den revolver in ihrer hand von sich ab und auf lulus brust wendend glaubst du man läßt sich mißhandeln wie du mich mißhandelst und besinnt sich zwischen einer galeeren schande und dem verdienst die welt von dir zu befreien hält sie am arm nieder komm zu ende es soll mir die glücklichste erinnerung meines lebens sein drucklos du kannst dich scheiden lassen schön sich erhebend das war noch übrig damit morgen ein nächster seinen zeitvertreib findet wo ich von abgrund zu abgrund geschaudert den selbstmord im nacken und dich vor mir das wagt sich dir über die lippen was ich von meinem leben in dich hineingelebt soll ich wilden tieren vorgeworfen sehen siehst du dein bett mit dem schlachtopfer darauf der junge hat heimweh nach dir hast du dich scheiden lassen du hast ihn unter die füße getreten ihm das gehirn ausgeschlagen sein blut in goldstücken aufgefangen ich mich scheiden lassen läßt man sich scheiden wenn die menschen ineinander hineingewachsen und der halbe mensch mitgeht nach dem revolver langend gib her erbarmen ich will dir die mühe abnehmen lulu reißt sich von ihm los den revolver niederhaltend in entschiedenem selbstbewußten ton wenn sich die menschen um meinetwillen umgebracht haben so setzt das meinen wert nicht herab du hast so gut gewußt weswegen du mich zur frau nimmst wie ich gewußt habe weswegen ich dich zum manne nehme du hattest deine besten freunde mit mir betrogen du konntest nicht gut auch noch dich selber mit mir betrügen wenn du mir deinen lebensabend zum opfer bringst so hast du meine ganze jugend dafür gehabt du verstehst dich zehnmal besser als ich darauf was höher im wert steht ich habe nie in der welt etwas anderes scheinen wollen als wofür man mich genommen hat und man hat mich nie in der welt für etwas anderes genommen als was ich bin du willst mich dazu zwingen mir eine kugel ins herz zu jagen ich bin keine sechzehn jahre mehr aber um mir eine kugel ins herz zu jagen dafür bin ich mir doch noch zu jung schön auf sie eindringend nieder mörderin nieder mit dir in die knie mörderin erdrängt sie bis vor die treppe die hand erhebend nieder und wage nicht wieder aufzustehen lulu ist in die knie gesunken bete zu gott mörderin daß er dir kraft gibt fliehe zum himmel daß er dir die kraft dazu verleiht hugenberg unter dem tisch aufspringend den sessel beiseite stoßend hilfe schön wendet sich gegen hugenberg lulu den rücken kehrend lulu feuert fünf schüsse gegen schön und hört nicht auf den revolver abzudrücken schön vorn überstürzend von hugenberg aufgefangen der ihn in den sessel niederlässt und da ist noch einer lulu auf schön zustürzend allbarmherziger aus meinen augen lulu auf den knien der einzige den ich geliebt dirne mörderin alva alva wasser wasser er verdurstet füllt ein glas mit champagne und setzt es schön an die lippen alva kommt über die galerie die treppe herunter mein vater um gottes willen mein vater ich habe ihn erschossen sie ist unschuldig schön zu alva du bist es es ist mißglückt alva will ihn aufheben du mußt zu bett komm faß mich nicht so an ich verdorre lulu kommt mit der champagnerkelk schön zu lulu du bleibst dir gleich nachdem er getrunken zu alva laß sie nicht entkommen du bist der nächste alva zu hugenberg helfen sie mir ihn aufs bett bringen nein nein bitte nein sekt mörderin alva zu hugenberg fassen sie mit an nach links deutend ins schlafzimmer beide richten schön empor und führen ihn nach rechts lulu bleibt neben dem tisch das glas in der hand schön stöhnend o gott o gott o gott alva findet die tür verschlossen dreht den schlüssel und öffnet gräfen geschwätzt tritt heraus schön sich bei ihrem anblick steil emporrichten der teufel schlägt rücklings auf den teppich lulu werft sich neben ihn nimmt seinen kopf auf den schoß küsst ihn er hat es überstanden richtet sich auf will die treppe hinan nicht von der stelle geschwätzt zu lulu ich glaubte du wärst es lulu sich vor alva niederwerfend du kannst mich nicht dem gericht ausliefern es ist mein kopf den man mir abschlägt ich habe ihn erschossen weil er mich erschießen wollte ich habe keinen menschen auf der welt geliebt als ihn alva verlang was du willst laß mich nicht der gerechtigkeit in die hände fallen es ist schade um mich ich bin noch jung ich will dir treu sein mein leben lang ich will nur dir allein gehören sieh mich an alva mensch sieh mich an sieh mich an von außen wird an die tür gepoltert die polizei geht um zu öffnen ich werde von der schule gejagt ende von erdgeist von frank wedekind